Leichte Störungen von Manfred Küber Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Boris Greff Leichte Störungen Sie haben also Störungen, wie Sie meinen, fragte der Arzt den Patienten. Ja, Störungen, leichte Störungen sozusagen, sagte der Patient. Worin bestehen diese? Also ich schmecke zum Beispiel nicht mehr mit den Ohren, sondern mit den Augen. Ich rieche nicht mehr mit der Zunge, sondern mit den Ohren. Ich höre nicht mehr mit den Augen, sondern mit der Nase. Und ich sehe nicht mehr mit der Nase, sondern mit der Zunge. Dabei sehe ich nicht mehr wie früher alles doppelt, sondern vierfach. Ja, sagte der Arzt, das scheinen mir denn doch schon mehr als nur leichte Störungen zu sein. Sie sind sozusagen einmal verrückt geworden und auf dieser Grundlage noch einmal umgeschnappt. Das ist ein sehr sonderbares Durcheinander. Das kann ich nicht finden, sagte der Patient. Es sind doch wohl nur leichte Störungen. Unangenehmer sind einige andere Erscheinungen, die ich bei mir festgestellt habe. Noch unangenehmer, sagte der Arzt. Ja, ich habe in letzter Zeit die Empfindung, dass mir die Handschuhe an meinen acht Füßen zu groß und Stiefel an meinen acht Händen zu klein geworden sind. Hm, sagte der Arzt. Was haben Sie daraufhin getan? Ich war in 44 Handelsgeschäften und in 88 Stiefelgeschäften. Das heißt also, Sie waren in elf Handschuhgeschäften und in 22 Stiefelgeschäften, sagte der Arzt. Nein, ich habe schon dividiert. Ich bin mir ganz klar über meinen Zustand und weiß, dass ich alles vierfach und nicht mehr doppelt sehe. Sonst hätte ich mich anders ausgedrückt und hätte gesagt, dass ich in 88 Handschuhgeschäften und in 176 Stiefelgeschäften war. Hm, sagte der Arzt. Sie übersehen eben den ersten Zustand der Verrücktheit oder Sie überhören, überriechen, überfühlen und überschmecken ihn. Nein, diese Annahme muss ich doch ablehnen. Ich sehe sehr scharf mit meiner Zunge, höre vorzüglich mit meiner Nase, rieche aufs Feinste mit meinen Ohren und schmecke die geringsten Unterschiede mit meinen Augen heraus. Die Kleinigkeit, alles durch zwei zu dividieren, wird einem ja auch sehr schnell zur Gewohnheit. Sie haben mich eben, glaube ich, nicht ganz verstanden, sagte der Arzt. Oder entsprechender ausgedrückt, Sie haben nicht vierfach, sondern nur doppelt aufgenommen. Aber welche Resultate erzielten Sie bei Ihren Besuchen in den 44 Handschuhgeschäften und in den 88 Stiefelgeschäften? Fanden Sie etwas Passendes? Ich fand nichts Passendes. Aber die Leute fanden in mir offenbar etwas Unpassendes, denn sie haben mich in den Handschuhgeschäften 176 Mal hinausgeworfen und in den Stiefelgeschäften 352 Mal. Haben Sie hier auch schon dividiert? Fragte der Arzt. Jawohl, sonst hätte ich 352 und 704 Mal sagen müssen. Ich bin mir vollständig klar über meinen Zustand. Ja, sagte der Arzt. Ich wollte, ich wäre mir auch so klar über Ihren Zustand. Wie steht es dann mit dem Essen? Haben Sie Appetit? Einen ganz außergewöhnlich guten, sagte der Patient. Hier haben Sie also keinerlei leichte Störungen zu verzeichnen? Eigentlich nicht. Nur einmal wurde ich sozusagen leicht gestört. Ich hatte Eier gegessen und während meines Nachmittagsschlafes krochen die Hühner in meiner Leber aus. In Ihrem Magen, wollen Sie sagen? Nein, in meiner Leber. Mit dem Magen atme ich. So, sagte der Arzt. Und was taten Sie? Ich aß eine Zeit lang Geflügelfutter, aber schließlich wurden mir die Hühner zu groß, und ich gab 16 Anzeigen in 32 Zeitungen aus, in denen ich zwei Iltisse suchte. Bekamen Sie den Iltis? Zwei Iltisse waren es. Ich habe schon dividiert, sonst hätte ich vier gesagt. Ja, ich bekam sie und verschluckte sie, und sie verschluckten die Hühner, aber leider einen Teil meiner Leber mit, sodass ich sie unter leichten Störungen meiner Nieren ausgehustet habe. Wo sind diese Iltisse? fragte der Arzt. Ich steckte sie in eine Voliere, in der sie jetzt noch umherschwimmen, wenn sie nicht fortgeflogen sind. Gestatten Sie, dass ich eine experimentelle Frage an Sie richte. Sehen Sie mich einmal, zweimal oder viermal? Mit anderen Worten, wie viele Ärzte sehen Sie vor sich? Zwei, sagte der Patient. Dividiert oder nicht dividiert? Natürlich dividiert, sonst hätte ich vier gesagt. Ich bin mir ganz klar über meinen Zustand. Hm, sagte der Arzt. Wie sehen diese zwei Ärzte aus? Verschieden oder einer wie der andere? Einer so dumm wie der andere, sagte der Patient. So, sagte der Arzt. Ihre Störungen scheinen mir doch nur leichter zu sein. Ich werde Ihnen Tropfen verschreiben. Tropfen, sagte der Patient, Tropfen zum Verreiben und mit den Zehenspitzen einzunehmen? Also, wenn Sie, wie es denn anscheinend hat, Tropfen nicht einzunehmen verstehen, werde ich Ihnen Pillen verordnen. Ja, sagte der Patient, Pillen sind mir auch lieber. Damit weiß ich gut Bescheid. Ich habe schon oft Pillen in den Handgelenken gegurgelt. Also werde ich ein Pulver wählen, sagte der Arzt. Pulver trinke ich leidenschaftlich gerne. Ich möchte dann auch noch um vier Flaschen Haarwasser bitten, da Sie gerade von Pulvern gesprochen haben. Dann müssen Sie in eine Drogerie gehen, sagte der Arzt erschöpft. Ich weiß wohl, dass ich dazu eigentlich in vier Kolonialwarenhandlungen gehen muss, aber ich dachte, dass ich, da ich nun einmal bei vier Rechtsanwälten bin, es ebenso gut auch jetzt in vier Grünkramhandlungen halten könne. Es ist sehr schwer, mit Ihnen zu verhandeln, sagte der Arzt. Haben Sie diesmal wieder dividiert? Nein, diesmal habe ich das in der Eile vergessen, sagte der Patient. Ich bin mir ganz klar über meinen Zustand, aber Sie wissen ja schon, wie ich es meine. Leider weiß ich das nicht so genau, sagte der Arzt. Kommen Sie lieber morgen noch einmal wieder. Ich muss mir Ihren Fall oder, um mit Ihnen zu sprechen, Ihre zwei oder vier Fälle erst noch überlegen. Was bin ich schuldig? fragte der Patient. Das hat natürlich bis morgen Zeit. Oder nein, ich werde Ihnen gleich eine Rechnung anschreiben. Dem Arzt war ein Gedanke gekommen, der erste Gedanke in dieser Konsultation. Er sagte sich, wenn ich ihm eine Rechnung schreibe, sieht er vier und bezahlt zwei. Denn er dividiert ja, weil er sich klar ist über seinen Zustand. Auf die Rechnung schreibe ich fünf Mark. Er sieht fünf, 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 fünf und streicht die Hälfte, wobei er natürlich auch nur die Hälfte bezahlen wird. Aber da er zwei Rechnungen bezahlt, so bezahlt er zweimal 55 gleich 110 Mark. Damit kann ich mich von dieser leichten Störung erholen und er wird es bei seinen leichten Störungen kaum als eine Störung empfinden. Hier ist die Liquidation, sagte der Arzt, für die Behandlung an leichten Störungen. Sie sehen vier Rechnungen, nicht wahr? Nein, ich sehe nur eine, sagte der Patient. Nur eine? fragte der Arzt enttäuscht. Jetzt scheinen Sie aber schwere Störungen Ihrer leichten Störungen zu haben. Und was sehen Sie auf dieser Einrechnung? Fünf, 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 nicht wahr? Nein, fünf Mark, sagte der Patient. Bezahlte fünf Mark, war geheilt und ging. Der Arzt blieb mit leichten Störungen zurück. Leichte Störungen Fleckenatter und Eidechse von Emil Dursey Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fleckenatter und Eidechse Deutschland beherbergt, abgesehen von der Blindschleiche, vier Schlangen, von welchen drei der Familie der Nattern angehören. Die vierte aber, die giftige Kreuzotter, eine Wieper ist. Letztere gehört zu jener gefährlichen Sippschaft, welche das Volk der Schlangen in so üblen Ruf brachte, so daß man allen ohne Unterschied mit Furcht und Hass zu begegnen pflegt. Jedoch nur der geringere Teil verdient verfolgt und vertilgt zu werden. Was dagegen die drei Nattern Deutschlands, nämlich die Ringelnatter, die Glatte oder Fleckenatter, sowie die Gelbe Natter betrifft, so kann ich für deren Unschuld und Ungefährlichkeit aus eigener Erfahrung einstehen. Es wird zwar nicht viel helfen, denn ihre Verwandtschaft mit der gefährlichen Wieper sowie das von dieser geerbte Fatale Zischen macht es schwierig, sie von jeder üblen Nachrede zu befreien oder gar ihnen die Zuneigung der Menschen zu verschaffen. Eine Abhandlung über Schlangen in der Gartenlaube muss ich daher gefaßt machen, vielleicht von vielen der Leser überschlagen zu werden. Jedoch hoffe ich, durch beistehende Zeichnung, welche den Kampf der Fleckennatter mit einer Eidechse darstellt, die Aufmerksamkeit auf dieses Kapitel zu lenken, um einigen aussöhnenden Bemerkungen über die Lebensweise dieser gewiß nicht uninteressanten und schönen Thiere gleichsam durch Listeingang zu verschaffen. Am meisten gefällt mir die Glatte- oder Fleckennatter, welche zum Beispiel in Württemberg stellenweise ziemlich häufig ist. Sie ist die kleinste und zierlichste unserer Nattern, zwei Fuß lang, kleinfingerdick, von meist rötlich-grauer Farbe. Den Rücken entlang verläuft eine Reihe schwarzbrauner Flecken, deren größter das Hinterhaupt ziert. Das feingeschnittene Köpfchen zeigt nahe über der Mundspitze schöne, runde, durch keine Lieder umfaßte Augen, deren seitliche Lagerung den Vorteil eines größeren Gesichtsfeldes hat. Es überschaut nämlich die Schlange ihrer rechte und linke Umgebung, dagegen entgeht ihr, was unmittelbar vor ihrer Nase liegt, und sie würde diese bald anstoßen, käme nicht die tastende Zunge ihr zu Hilfe. Wer dies nicht weiß, der hält freilich die schmale und lange, in zwei feine Spitzen auslaufende Schlangenzunge für ein äußerst gefährliches Instrument zum Stechen und Vergiften geschaffen, und manchen schon sah ich erblassen oder wenigstens in lebhafte Unruhe geraten beim Anblick eines zur Durchbohrung vorgehaltenen Fingers. Kraftlos aber prallt das rasch und häufig vorgeschnellte Züngelchen ab. Ja, man fühlt kaum die Berührung. So zart und weich ist dieses den Fühlern eines Insektes vergleichbare, hauptsächlich zum Tasten geschaffene Organ. Die Funktion eines Geschmacksorganes geht der Zunge ab und würde auch nichts nützen, da die Schlangen ihre Beute als Ganzes verschlingen. Nebenbei gebrauchen sie diese geschmeidigen Gebilde zum Auffangen von Regen- und Tautrupfen, wie man in Ermangelung von Schlangen ähnliches auch zum Beispiel an Eidechsen leicht bemerken kann, die man zu diesem Zwecke in einen mit Moos gefüllten Behälter setzt. Bespritzt man an einem heißen Sommertage mit wenigem Wasser das Moos, so kriechen alsbald die Tiere hervor, tauchen begierig die gespaltene Zunge in die Wassertropfen, ziehen sie dann behaglich und langsam zurück und wiederholen dieses Verhalten, bis der Durst gelöscht ist. Lassen wir also unsere Natter immerhin züngeln, sie richtet mit dieser Fertigkeit keinerlei Schaden an und es scheint mir dieselbe zugleich den Zustand der Gemütsstimmung zu verraten. Aufgeregt oder auf Beute lauernd, erinnert das anhaltende Züngeln des drohend erhobenen Kopfes an das fatale Schweifwedeln der Katzenartigen Raubthiere. Aber auch ihre Zufriedenheit scheint sie damit anzudeuten, wenn man sie in gezähmten Zustande in der warmen Hand hält und sie streichelt. Man denkt dabei an das freundliche Schwänzeln des Hundes. Wie verhält es sich aber mit den spitzen Zähnen, womit der Schlangenrachen so reichlich ausgestattet ist? Sind diese ebenfalls so ungefährlicher Natur? Gewiß, auch diese brauchen wir an unseren deutschen Nattern nicht zu fürchten. Sie sind hagenförmig nach hinten gebogen und können somit gar nicht in das Fleisch des vorgehaltenen Fingers eindringen. Die Ringelnatter konnte ich überhaupt niemals zum Beißen bewegen. Sie ist daher durchaus harmloser Natur, zischt nur und flieht, wenn man sie reizt. Anders verhält es sich mit unserer glatten oder Fleckennatter. Sie ist ein sehr reizbares, jätsorniges Tierchen, welches frisch gefangen, sofort mit weit geöffnetem Rachen um sich beißt. Hat sie den vorgehaltenen Finger gepackt, so erhält man nur die Empfindung eines gelinden Druckes und hält man ruhig aus, bis die Natter wieder loslässt, so bleibt keine Spur einer Verwundung zurück. Will man dagegen den Finger mit Gewalt befreien und zieht man ihn rasch zurück, so fangen sich die Hakenzähnchen in der Haut, ritzen sie wie feine Nadeln und es kann dann allerdings ein Tröpfchen Blut kosten, jedoch ohne weitere Folgen. Wie dem Finger, so ergeht es auch den zum Verschlingen erfassten Tieren. Je lebhafter sich diese loszumachen suchen, desto tiefer dringen die Haken ein und sie dienen daher nicht zum Verwunden und Zerreißen, sondern nur zum Festhalten der Erfaßten Beute. Die der Glatten oder Fleckennatter zur Nahrung dienenden Tiere sind meistens Eidechsen. Sie schlägt daher ihren Wohnsitz an steinigen und sonnigen Abhängen auf. Nur einem glücklichen Zufall hätte man es zu verdanken, wenn man an Ort und Stelle den harten Kampf dieser Tiere beiwohnen könnte. Und da ich öfters solche nur wenig bekannte Szenen beobachten wollte, so hielt ich mir eine größere Anzahl glatter Nattern in einem geräumigen, mit Rasen und Steinen ausgelegten Glaskasten, dessen Deckel aus Draht gefluchten war. Bringt man eine Schüssel mit Wasser hinein, so pflegen die Nattern hier und da zu trinken, wobei sie den Vorderkopf ganz eintauchen und deutliche Schluckbewegungen ausführen. Nach einiger Zeit ließ ich einige Eidechsen in den Behälter, welche sogleich die ihnen drohende Gefahr erkannten und in rasenden Läufen nach allen Richtungen zu entkommen suchten. Die ganze Gesellschaft kam in die größte Aufregung und in der ersten Überraschung suchten auch die Nattern, sich eiligst aus dem Staube zu machen. Dabei bissen sie wütend um sich, sodass sie untereinander selbst in Händel gerieten und mitunter sogar ihren eigenen Leib erfassten. Auf diese geräuschvolle Einleitung folgte eine peinliche Pause. Hastig züngelnd, mit erhobenem Kopf überlegten die Schlangen ihren Angriffsplan und mit halb geöffnetem Munde sammelten die vor Schreck festgepannten Eidechsen ihre Kräfte zur verzweifelten Gegenwehr. Plötzlich fährt eine der Schlangen auf ihr Opfer los, streckt den vorher nach hinten und seitwärts gebogenen Hals und rasch dahin kleidend erfasst sie mit weit geöffnetem Rachen die fliehende Eidechse. In rasendem Wirbel sich drehend umschlingt sie mit engen Windungen den Leib der auf den Rücken geworfenen Eidechse, sodass nur noch deren Kopf und Schweif den dichten Knoll überragt. Nun folgt die schwere Arbeit des Verschlingens. Die Eidechse soll in ihrer ganzen Länge und Dicke hinabgewürgt werden, und zwar mit dem Kopfe voran. Das kostet viele Zeit und Mühe. Unsere Natter hat daher auch keine große Eile damit, umzüngelt einstweilen ihr Opfer und wedelt mit dem Schwanze nach Katzenart. Nun aber richtet sie sich hoch auf, beschreibt mit dem Halse einen senkrechten Bogen und mit weit geöffnetem Rachen erfaßt sie den Kopf ihres Opfers. Allmählich lösen sich die Schlingen, es verschwindet der Kopf der Eidechse, langsam folgt ihr Leib, traurig winkt noch zum Abschied ihr Schweif, und erst im Verlauf einer halben Stunde oder später ist sie durch den weit ausgedehnten Schlund in den Magen der Natter eingefahren. Nicht immer aber wickelt sich dieses Geschäft so glatt ab, denn auch die in Beistehen der Figur bis zum Halse eingeschraubte Eidechse lebt noch und hält sich mit ebenfalls offenem Rachen zur verzweifelten Gegenwehr bereit. Faßt die Schlange nicht richtig an, so erwischt die Eidechse den obern oder den unteren Kiefer der Natter und mit krampfhaft sich schließenden Munde sowie mit Hilfe der ebenfalls hakenförmig umgebogenen Zähne ist sie imstande, stundenlang den gepackten Teil ihrer Feindin zu behaupten. Umsonst sucht sich die Schlange zu befreien. Beide Tiere haben sich mit krampfhaft geschlossenen Kiefern wie Docken ineinander verbissen. Wütend wickelt die Schlange von ihrem Opfer sich ab, reiteriert, doch vergeblich. Endlich lässt die Eidechse los, macht sich natürlich aber sogleich aus dem Staube und die mitunter blutende Schlange hat das Nachsehen. Glücklicherweise aber kann die Natter, wie alle Schlangen, Wochen und Monate lang hungern und wenn sie gelegentlich ein, zwei Eidechsen verschlingt, so ist sie für viele Tage gesättigt. Wie aber, wird man fragen, ist es möglich, dass eine Natter eine ebenso umfängliche oder selbst noch dickere Eidechse ganz verschlingt? Die Erklärung finden wir, abgesehen von der Muskulatur und der Ausdehnbarkeit des Schlundes, in der merkwürdigen Beweglichkeit der das Kiefer grüßte zusammengesetzten Knochen. Die beiden Seitenhälften, sowohl die des Oberkiefers wie auch die des Unterkiefers, sind beweglich miteinander verbunden. Es kann daher zum Beispiel die rechte Mundhälfte geöffnet und etwas vorwärts geschoben werden, während die linke Hälfte geschlossen bleibt und umgekehrt. Hat also die Natter den Kopf einer Eidechse in der Schnauze gepackt, so halten die beiden Zahnreihen der einen Seite das Opfer fest, während die der anderen Seite loslassen und sich etwas weiter nach vorn über den Kopf der Eidechse vorschieben. Hierauf schließt sich diese vorgeschobene Seitenhälfte des Mundes, während die andere Hälfte losläßt und sich vorschiebt, usw. fort. Dabei verbreitert sich der Natternkopf und die in den Stund hineingezogene Eidechse erweitert auffallend den Schlangenhals. Schließlich wird sie durch die Zusammenziehung der Muskeln in den Magen befördert. Ende von Flecken, Natter und Eidechse Die sechs Napoleon-Büsten Eine Sherlock-Holmes-Geschichte von Conan Doyle Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Es war nichts Ungewöhnliches, wenn Inspektor Lestrade von Scotland Yard sich des Abends bei uns einfand. Seine Besuche waren Holmes schon aus dem Grunde nicht unangenehm, weil er dadurch mit den Vorgängen im Hauptpolizeiamt in Fühlung blieb. Er hörte die Erzählungen Lestrades aufmerksam an und gab ihm aus seinem reichen Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen gerne einen Wink oder eine Andeutung, ohne selbsthandelnd einzugreifen. Eines Abends nun war Lestrade, nachdem er die üblichen Bemerkungen über die Witterung und die letzten Zeitungsneuigkeiten gemacht hatte, auffallend still und beschränkte sich darauf, nachdenklich an seiner Zigarre zu ziehen. Holmes sah ihn scharf an. Sonst nichts los? fragte er nach einer Weile. Nichts von Bedeutung, Herr Holmes. Nur raus mit der Sprache. Lestrade lachte. Nun, Herr Holmes, Leugnen hat Ihnen gegenüber ja doch keinen Zweck. Ich habe tatsächlich etwas auf dem Herzen, aber es ist eine dumme Geschichte, dass ich Sie eigentlich nicht damit beschäftigen wollte. Auf der anderen Seite ist die Sache ja doch wieder merkwürdig und meines Wissens haben Sie ja gerade für das Außergewöhnliche eine besondere Vorliebe. Freilich schlägt es nach meinem Dafürhalten mehr in Dr. Watsons Fach als in unseres. Also was krankhaftes? fragte ich. Ja, was verrücktes, antwortete er. Sogar was besonders verrücktes. Können Sie sich vorstellen, dass es heute noch einen Menschen gibt, der von einem solchen Hass gegen Napoleon I. erfüllt ist, dass er alle Büsten von ihm, denen er habhaft werden kann, in Stücke zerschlägt? Homs sank teilnahmslos in seinen Stuhl zurück. Das ist nichts für mich, sagte er. Das hab ich mir auch gedacht, aber immerhin, wenn jemand nächtlicherweise einbricht und fremde Büsten stiehlt und vernichtet, so muss sich außer dem Arzt auch die Polizei mit ihm beschäftigen. Homs setzte sich wieder aufrecht. Einbruch? Das klingt schon interessanter. Erzählen Sie weiter. Lestrade zog sein amtliches Notizbuch aus der Tasche, um an der Hand seiner Aufzeichnungen die Einzelheiten in sein Gedächtnis zurückzurufen. Der erste Fall hat sich vor vier Tagen ereignet, fuhr er fort. Es war bei Mors Hudson, der einen Verkaufsladen für Bilder und Büsten in der Kenningtonstraße hat. Der Verkäufer hatte den vorderen Verkaufsraum einen Augenblick verlassen, als er plötzlich einen starken Krach hörte. Er stürzte rasch herbei und fand eine Gipsfigur Napoleons, die mit mehreren anderen Kunstwerken auf dem Ladentisch gestanden hatte, zertrümmert am Boden liegen. Er lief schnell hinaus auf die Straße, konnte aber, trotzdem ihm verschiedene Leute erklärten, sie hätten einen Mann aus dem Laden herauskommen sehen, weder diesen Menschen selbst erblicken, noch einen Anhaltspunkt zu seiner Ermittlung finden. Es schien sich um einen jener sinnlosen Akte von Zerstörungswut zu handeln, wie sie von Zeit zu Zeit vorkommen. Und als solcher wurde er auch von dem diensttuenden Polizisten gemeldet. Der Wert der Figur betrug nur wenige Schillinge und die ganze Sache erschien zu unbedeutend, um eine eingehendere Untersuchung einzuleiten. Der zweite Fall war jedoch schon ernster und auch eigentümlicher. Er hat sich vergangene Nacht zugetragen. In der Kenningenstraße, nur ein paar hundert Meter von dem hatzenschen Geschäft entfernt, wohnt ein sehr bekannter, praktischer Arzt namens Barnikert, der eine sehr ausgedehnte Praxis südlich der Thamesa hat. Seine Wohnung und sein Hauptsprechzimmer befinden sich in der Kenningenstraße, außerdem hält er aber noch in einem Hause der Lower Brixtonstraße zwei Meilen entfernt Sprechstunden ab. Dieser Dr. Barnikert ist ein begeisterter Verehrer Napoleons und besitzt eine Menge Bilder, Bücher und sonstige Andenken von dem französischen Kaiser. Vor kurzem hat er auch bei Hudson zwei Gipsbüsten des berühmten Napoleon-Kopfes von dem französischen Bildhauer Devine gekauft. Die eine der beiden stellte er im Eingang seines Hauses in der Kenningenstraße auf, die andere auf dem Kaminsims seines Sprechzimmers in der Lower Brixtonstraße. Als Dr. Barnikert heute früh nun herunterkam, fand er zu seiner Überraschung, dass während der Nacht in seiner Wohnung eingebrochen, aber weiter nichts gestohlen worden war, als die Napoleon-Büste in der Vorhalle. Sie war hinausgetragen und mit Gewalt gegen die Gartenmauer geworfen worden, wo man die Bruchstöcke noch liegen sehen konnte. Holmes rieb sich die Hände. Das ist entschieden merkwürdig, sagte er. Ich dachte mir, dass sie es interessieren würde. So lassen Sie mich weiter erzählen, die Sache ist noch nicht zu Ende. Mittags ging Dr. Barnikert in sein zweites Sprechzimmer und siehe da, dort war das Fenster geöffnet und die Trümmer der zweiten Büste lagen am Boden umher. Sie war an ihrem Standorte vollständig in Stücke zerschlagen worden. In beiden Fällen hat der Verbrecher oder Geisteskranke keine Spur zurückgelassen, die uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt zu seiner Ergreifung liefern könnte. Das sind die Tatsachen, Herr Holmes. Sie sind eigenartig, ganz seltsam, sagte Holmes. Können Sie mir vielleicht angeben, ob die beiden Büsten des Dr. Barnikert genau ebenso waren, wie die bei Hudson Zerschlagene? Es waren ganz gleiche Nachbildungen desselben Modells. Dieser Umstand spricht gegen die Annahme, dass der Täter von einem allgemeinen Hass gegen Napoleon geleitet worden sei. Denn wenn man bedenkt, wie viel hundert Statuen des großen Kaisers in London stehen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein wahnsinniger Bilderstürmer zufällig gerade hintereinander drei Stück von demselben Modell erwischen sollte. Das habe ich mir auch gesagt, antwortete Lestrat. Andererseits ist Hudson der Büstenlieferant für diesen ganzen Stadtteil. Und diese drei Köpfe waren die einzigen dieser Art und hatten schon jahrelang in seinem Laden gestanden. Daher ist es, obwohl es, wie Sie ganz richtig bemerken, in London hunderte von Napoleon-Büsten gibt, doch nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Bezirk nur diese drei existierten. Ein Fanatiker aus jener Gegend könnte also sehr wohl damit sein allgemeines Zerstörungswerk angefangen haben. Was denken Sie darüber, Herr Dr. Watson? Bei dieser Krankheitsform ist alles möglich, erklärte ich. Es handelt sich offenbar um jene geistige Störung, die die neuere Psychopathie als fixe Idee bezeichnet. Sie äußert sich oft nur in unmerklichen Anzeichen und der Kranke kann sonst vollkommen normal sein. Bei einem Mann, der sich stark in die Lektüre napoleonischer Geschichte vertieft oder dessen Familie womöglich infolge der Kriege Unbill erlitten hat, könnte sich leicht eine solche fixe Idee gebildet haben, unter deren Einfluss er zu jeder Gewalttat in dieser Richtung fähig wäre. Deine medizinischen Ausführungen vermögen meinem Laienverstand nicht recht einzuleuchten, mein lieber Watson, sagte Holmes kopfschüttelnd. Ich kann mir nicht vorstellen, wie auch die stärkste fixe Idee deinen interessanten Kranken in den Stand setzen sollte, die zwei Büsten des Dr. Barnekert ausfindig zu machen. Nun, wie erklärst du dir es denn? Ich kann die Sache überhaupt noch nicht ganz durchschauen. Ich wollte vorläufig nur so viel bemerken, dass dieser exzentrische Herr nach einer ganz bestimmten Methode vorgeht und mit Überlegung handelt. So hat er zum Beispiel im Wohnhaus des Dr. Barnekert, wo ein Geräusch die Familie hätte wecken können, die Büste mit hinausgenommen und erst draußen zerschlagen, wohingegen er sie in dem anderen Sprechzimmer, wo diese Gefahr geringer war, gleich an Ort und Stelle zertrümmert hatte. Die ganze Sache ist scheinbar sehr geringfügig. Wenn ich aber bedenke, dass meine berühmtesten Fälle immer einen wenig versprechenden Anfang hatten, so wage ich nichts mehr als unbedeutend anzusehen. Erinnerst du dich noch, Watson, wie die furchtbare Tragödie der Familie Abernetti zuerst in Gestalt eines kaum wahrnehmbaren Eindrucks, den an einem heißen Sommertage ein Stängelchen Petersilie auf der Butter hinterlassen hatte, zu meiner Kenntnis gelangte? Ich kann mich also einstweilen nicht mit einem erhabenen Lächeln über die Sache hinwegsetzen, Lestrat, und sie werden mich sehr verbinden, wenn sie mir von irgendwelchen neuen Vorfällen in dieser sonderbaren Angelegenheit sofort Mitteilung machen. Diese Nachricht traf rascher ein und lautete ernster, als ich mein Freund gedacht haben mochte. Als ich am nächsten Morgen noch mit Ankleiden beschäftigt war, klopfte es an die Tür meines Schlafzimmers und herein trat Holmes mit einem Telegramm in der Hand. Er las es laut vor. Sofort kommen, Pittstraße 131, Kensington. Lestrat. Was mag denn los sein? fragte ich. Weiß auch nicht, irgendwas, aber ich vermute, es ist die Fortsetzung der Geschichte von den Statuen. In diesem Falle würde unser Freund Bilderstürmer den Schauplatz seiner Tätigkeit in ein anderes Viertel verlegt haben. Das Frühstück steht schon auf dem Tisch, Watson, und die Droschke vor der Tür. Nach einer halben Stunde waren wir bereits in der Pittstraße, einer kleinen, ruhigen Straße ganz in der Nähe der belebtesten Londoner Geschäftsgegend. Nummer 131 war eins der schmucklosen alten Häuser, in denen man möglichst unromantisch wohnt. Als wir vorfuhren, fanden wir das Gitter vor dem Hause von einer neugierigen Menge umlagert. Holmes gab ein Zeichen mit der Pfeife. Wahrhaftig, Watson, es ist zumindest ein Mordversuch gemacht worden, sonst würde kein Berichterstatter hier sein. Sieh mal, wie er sich vorbeugt und beinahe den Hals ausreckt. Es deutet alles auf eine Gewalttat hin. Und was soll das heißen? Die oberen Treppenstufen sind nass und die unteren trocken. Ah, dort am Fenster sehe ich Lestrade. Er wird uns bald den nötigen Aufschluß geben können. Er empfing uns mit ernster Miene und geleitete uns in ein Empfangszimmer, in dem ein unsauber aussehender älterer Herr in einen Schlafrock aufgeregt auf- und abging. Lestrade stellte ihn uns als den Eigentümer des Hauses, Herrn Horace Harker vom Zentralpressesyndikat, vor. Dann sagte er, es handelt sich um die alte Geschichte von den Napoleon-Büsten. Sie scheinen sich gestern Abend dafür zu interessieren, Herr Holmes, und daher glaubte ich, es würde Ihnen nicht unangenehm sein, die Fortsetzung zu erfahren. Die Sache hat schon eine ernstere Wendung genommen. Wie weit hat sie sich denn entwickelt? Bis zum Mord. Herr Harker, wollen Sie diesen Herren den Vorgang genau erzählen? Der Mann im Schlafrock wandte sich uns zu. Er war gänzlich niedergeschlagen. Es ist eine der eigentümlichsten Begebenheiten, begann er. Ich habe mich meinen Lebtag damit beschäftigt, alle möglichen Neuigkeiten zu erfahren und journalistisch zu verwerten, und jetzt, wo sich bei mir selbst ein aufsehenerregender Fall ereignet hat, bin ich nun derartig verwirrt, dass ich keinen Satz ordentlich zusammenbringen kann. Wenn das in einem Fremdenhaus passiert wäre, würde ich im Abendblatt zwei Spalten darüber gebracht haben. Aber so bin ich ganz unfähig, erzähle die Sache anderen und muss untätig zusehen, wie Sie sie ausschlachten. Wenn Sie aber diese rätselhafte Angelegenheit aufklären, Herr Holmes, ich kenne Ihren Namen, so habe ich eine hinreichende Entschädigung für meinen Bericht. Holmes setzte sich und hörte zu. Der springende Punkt bei der ganzen Sache scheint mir die Napoleon-Büste zu sein, die ich vor etwa vier Monaten für dieses Zimmer angeschafft habe. Ich entstand sie für ein billiges Geld bei den Gebrüdern Harding, die zwei Häuser von der Station High Street ihr Geschäft haben. Meine journalistische Tätigkeit nötigt mich vielfach die Nacht über aufzubleiben und ich schreibe häufig bis zum frühen Morgen. Das war auch vergangene Nacht wieder der Fall. Ich saß wie gewöhnlich in meinem Studierzimmer hinten im obersten Stock. Es mochte gegen drei Uhr sein, da hörte ich von unten ein Geräusch. Ich horchte auf, aber es regte sich nichts weiter und ich dachte daher, der Lärm wäre von außen gekommen. Doch kaum fünf Minuten später, Herr Holmes, drang ein schreckliches Geschrei an mein Ohr, war das Furchtbarste, das ich je gehört habe. Es wird mir mein Leben lang in den Ohren gällen. Eine oder zwei Minuten saß ich vom Schreck wie angenagelt auf meinem Stuhl, dann ergriff ich den Ofenhaken und lief die Treppe hinunter. Als ich in dieses Zimmer hier trat, stand das Fenster weit offen und meine Büste war verschwunden. Wie ein Dieb sich an einem solchen Ding vergreifen konnte, war mir unverständlich, denn es war ein einfacher Gipsabguss ohne besonderen Wert. Wie Sie selbst sehen können, war nur ein Mann mit sehr langen Beinen imstande, mit einem Sprung durch das offene Fenster die obere Treppenstufe zu erreichen. Als ich nun die Haustür öffnete und hinaustrat, fiel ich in der Dunkelheit beinahe über eine Leiche. Ich lief zurück und holte ein Licht. Auf dem obersten Treppenstein lag ein Mann mit angezogenen Knien und weit geöffneten Munde. Er hatte eine klaffende Wunde am Hals und schwamm in seinen Blute. Sein Bild wird mir noch im Traum erscheinen. Ich gab schnell einen Notpfiff und muss dann in Ohnmacht gefallen sein, denn ich kann mich auf nichts mehr besinnen, bis ich die Schutzleute erblickte, die mir zu Hilfe geeilt und über mich gebeugt waren. Und wer war der Ermordete? fragte Hums. Wir haben noch keine Zeit gehabt, seine Persönlichkeit festzustellen, antwortete Lestrat. Sie werden ihn in der Leichenhalle sehen. Er ist ein großer, kräftiger Mann mit sonngebräumtem Gesicht und kann höchstens 30 Jahre alt sein. Er ist zwar ärmlich gekleidet, macht aber doch nicht den Eindruck, als ob er dem Arbeiterstand angehöre. Neben ihm in einer Blutlache lag ein schwedisches Messer mit Horngriff. Ob der Mord damit ausgeführt ist, weiß ich nicht. Die Kleidungsstücke des Toten zeigten keinen Namenszug und in den Taschen fanden wir weiter nichts als einen Apfel, einen Strick, einen Plan von London und eine Fotografie. Ich habe sie hier. Es war allem Anschein nach eine Momentaufnahme. Sie stellte einen lebhaften, flinken Mann dar mit affenartigen Zügen und tierischen Augenbrauen, sodass die untere Gesichtspartie wie bei einem Pavian aussah. Und was ist aus der Büste geworden, fragte Holmes, nachdem er die Fotografie genau betrachtet hatte? Darüber haben wir erst kurz vor ihrer Ankunft Mitteilung bekommen. Sie ist in dem Vorgarten eines unbewohnten Hauses in der Kemptenstraße gefunden worden. Sie ist in Stöcke zerschlagen. Ich will eben hingehen und Sie in Augenschein nehmen. Wenn Sie mitkommen wollen? Gewiss. Ich will mich nur erst hier einen Augenblick umsehen. Er untersuchte das Fenster und das Gärtchen. Der Kerl hat entweder außergewöhnlich lange Beine oder ist ein ausgezeichneter Springer, sagte er. Vom Garten aus war es sehr schwer, das Fenster zu erreichen und zu öffnen. Der Rückweg war verhältnismäßig einfach. Wollen Sie auch mitkommen, Herr Harker, um die Überreste der Büste zu sehen? Der untrüstliche Journalist hatte sich mittlerweile an den Schreibtisch gesetzt. Ich muss doch noch versuchen, die Sache auszunutzen, erwiderte er. Wenn auch jedenfalls die ersten Ausgaben der Abendblätter schon ausführliche Berichte bringen werden. Es ist eben mein gewohntes Pech. Wissen Sie noch, wie der Posten in Donkester erschossen wurde? Damals war ich der einzige Zeitungsmann am Tatort und meine Zeitung die einzige, in der nichts über den Vorfall stand, weil auch ich zu erschüttert war, um schreiben zu können. Und jetzt werde ich sogar mit der Meldung eines Mordes, der vor meiner eigenen Haustür passiert ist, zu spät herauskommen. Als wir hinausgingen, hörten wir seine Feder kratzend über das Papier fahren. Die Stelle, wo die Bruchstücke der Büste gefunden worden waren, war nur ein paar hundert Meter entfernt. Hier sahen wir zum ersten Male die Scherben der Büste des großen Kaisers, der einen so furchtbaren Hass in der Seele des Unbekannten erregt zu haben schien. Holmes hob einige auf und unterwarf sie einer genauen Untersuchung. Die Spannung auf seinem Gesicht und sein ganzes Benehmen verrieten mir, dass sie nicht ganz ergebnislos gewesen war und dass er wenigstens eine Spur gefunden haben musste. »Nun?« fragte Lestrade. Holmes zuckte die Achseln. »Wir sind noch weit vom Ziel,« sagte er. »Immerhin, nun, immerhin haben wir einige Hinweise, denen wir folgen können. Der Besitz dieser Gipsbrocken war dem merkwürdigen Verbrecher mehr wert als ein Menschenleben. Das ist ein Punkt. Weiter besteht die auffällige Tatsache, dass er die Büste nicht im Hause oder unmittelbar davor zertrümmert hat, wenn es ihm überhaupt lediglich auf ihre Vernichtung angekommen ist. Er ist wahrscheinlich von dem anderen Burschen überrascht worden und wusste kaum, was er tat. »Jawohl, das ist nicht unmöglich. Ich möchte aber doch nicht verfehlen, ihr Augenmerk besonders auf die Lage dieses Grundstücks zu richten.« Lestrade sah meinen Freund an. »Das Haus ist nicht bewohnt. Er wusste also, dass er in diesem Garten nicht gestört würde.« »Allerdings.« »Aber in derselben Straße liegt noch ein leeres Haus, an dem er vorbei mußte, um hierher zu kommen.« »Warum hat er die Büste nicht in jenem Vorgarten zerbrochen?« »Mußte doch jeder Schritt weiter die Gefahr, gesehen zu werden, erhöhen.« »Ich bin am Ende meines Witzes,« antwortete Lestrade.« Holmes deutete auf die Straßenlaterne über uns. »Hier konnte er sehen, dort nicht. Das wird wohl der Grund gewesen sein.« »Wirklich, das ist richtig,« sagte Lestrade. »Nun fällt mir auch wieder ein, dass Dr. Barnikotzbieste in der Nähe der Lampe zerschlagen worden ist.« »Aber was schließen Sie aus diesem Umstand, Herr Holmes?« »Man darf nicht vergessen, muss ihn stets im Auge behalten.« »Vielleicht werden wir im späteren Verlauf der Sache darauf zurückkommen müssen.« »Welche Schritte beabsichtigen Sie nun weiter zu tun, Herr Lestrade?« »Am besten wird es meiner Ansicht nach sein, zunächst die Leiche zu identifizieren. Das wird keine Schwierigkeiten machen. Wenn wir dann wissen, wer er ist und wer seine Genossen sind, werden wir auch leicht herausbekommen, was er vergangene Nacht in der Pittstraße getan hat, mit wem er hier zusammengestoßen ist und wer ihn auf der Treppe des Herrn Haker erstochen hat.« »Meinen Sie das nicht auch?« »Das hört sich nicht übel an, aber doch ist es nicht genau der Weg, den ich einschlagen würde, um der Sache auf den Grund zu kommen.« »Wie würden Sie es denn machen?« »Oh, lassen Sie sich durch mich in keiner Weise beeinflussen. Es ist besser, wenn jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Wir können dann hinterher vergleichen und einander ergänzen.« »Gut«, sagte Lestrade. »Wenn Sie in die Pittstraße zurückgehen und Herrn Haker sehen, können Sie ihm sagen, ich wäre zu dem sicheren Schluss gelangt, dass ein gefährlicher, blutdürstiger, irrsinniger mit Napoleon-Wahn-Vorstellungen ihm nächtlicherweise einen Besuch abgestattet hätte. Er kann dieses Urteil in seinem Artikel gut verwerten.« Lestrade sah Holmes erstaunt an. »Das ist doch nicht Ihre ernstliche Überzeugung!« Mein Freund lächelte. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle wird Sie Herrn Haker und den Abonnenten des Zentral-Presse-Syndikates interessant sein.« »Nun, lieber Watson, wir wollen aufbrechen. Wir haben heute ein langes und ziemlich anstrengendes Tagewerk vor uns. Sie, Herr Lestrade, würde ich gerne, wenn Sie es irgendwie möglich machen können, heute Abend um 6 Uhr in der Bakerstraße widersprechen. Bis dorthin möchte ich die Fotografie, die bei dem Toten gefunden worden ist, bei mir behalten. Möglicherweise muss ich sie um ihr Geleit zu einer kleinen Expedition in der kommenden Nacht ersuchen. Wenn meine Vermutungen sich als richtig erweisen, wird es sich nicht umgehen lassen. Bis dahin Adieu und viel Glück!« Sherlock Holmes Holmes und ich wanderten zusammen nach der Hochstraße, wo wir den Laden der Gebrüter Harding besuchten, von denen die Büste gekauft worden war. Ein junger Mann erklärte uns, dass Herr Harding erst am Nachmittag wieder ins Geschäft zurückkehren würde und er selbst nicht in der Lage sei, uns Aufschluss zu geben, weil er erst vor kurzem eingetreten sei. Holmes war anfangs etwas verstimmt, dann sagte er aber, »Nun ja, Watson, wir können nicht erwarten, dass alles gleich nach Wunsch geht. Wir müssen eben am Nachmittag wieder nachfragen.« »Wie du ohne Zweifel bereits geahnt haben wirst, bin ich im Begriff, den Ursprung dieser Büsten zu ermitteln.« Auf diese Weise könnte man womöglich herausbekommen, ob es eine besondere Bewandtnis damit hat und daraus vielleicht ihr merkwürdiges Geschick erklären. »Wir wollen deshalb jetzt zu Hudson in der Kenningtonstraße fahren und sehen, ob wir dort irgendwelchen Bescheid bekommen.« Nach einer Stunde befanden wir uns in jenem Geschäft dem Besitzer gegenüber. Er war ein kleiner, dicker Mann mit rotem Gesicht und von hitzigem Temperament. »Jawohl, mein Herr, auf meinem Ladentisch«, antwortete er eifrig auf Holmes' Frage. »Ich weiß wirklich nicht, wozu wir Steuern und Abgaben zahlen, wenn jeder Schurke eindringen und unentdeckt und ungestraft einem die Waren zerstören darf. Allerdings, Dr. Barnekert hat die beiden Statuen bei mir gekauft. Das ist eine Schande. Eine Nihilistentat, denke ich mir. Nur ein Anarchist kann solche Statuen vernichten. Rote Republikaner. Von wem ich die Büsten bezogen habe? Ich sehe zwar nicht ein, was das mit der Sache zu tun hat, wenn Sie es aber durchaus wissen wollen, ich habe sie von Gelder und Co. in Church Street, Stepney. Es ist eine bekannte Firma, schon seit 20 Jahren. Wie viel ich hatte? Drei. Eins und zwei ist drei. Die eine, die in meinem eigenen Laden am helllichten Tag zerschlagen worden ist und die zwei, die ich an Dr. Barnekert verkauft hatte. Ob ich die Fotografie kenne? Nein, die kenne ich nicht. Ja, ich kenne sie doch. Ei, sie ist Beppo. Er war ein Italiener, der sie im Geschäft nützlich machte. Er konnte anstreichen, vergolden, einrahmen und dergleichen mehr. Er ist vorige Woche von mir fortgegangen und ich habe seitdem nichts wieder von ihm gehört. Nein, ich weiß weder, wo er hergekommen noch wo er hingegangen ist. Ich war nicht unzufrieden mit ihm, solange er hier war. Als die Büste heruntergeworfen wurde, war er zwei Tage von mir weg. Mehr konnten wir vernünftigerweise nicht verlangen, von Herrn Hudson zu hören, sagte mein Freund zu mir, als wir hinaustraten. Dieser Beppo spielte sowohl in Kennington wie in Kensington eine gewisse Rolle, es dürfte sich also eine Fahrt von zehn Meilen wohl lohnen. Wir wollen nun ohne Verzug nach Stepney zu Gelder fahren, wo die Büsten fabriziert worden sind. Es sollte mich sehr wundern, wenn wir dort keinen nennenswerten Aufschluss bekämen. Unser Weg führte durch das vornehme London, durch die Hotel- und Theatergegend, durch das Zeitungs- und Geschäftsviertel und endlich durch das Hafenviertel, bis wir in einem Themse-Stadtteil von ungefähr 100.000 Einwohnern ankamen, wo in schwarzgeräucherten Mietskasernen die ausgestoßenen Europas hausen. Hier fanden wir in einer breiten Nebenstraße, wo einst reiche Kaufleute gewohnt hatten, die Bildhauerei, die wir suchten. Draußen im Hof befanden sich viele Denkmäler und Statuen, im Innern des Gebäudes waren in einem großen Saal etwa 50 Arbeiter mit Aushauen und Formen beschäftigt. Der Werkmeister, ein großer, blonder Deutscher, empfing uns höflich und gab Holmes auf alle Fragen klare Antworten. Aus seinen Büchern ging hervor, dass von einer Marmorkopie des divineschen Napoleon-Kopfes hunderte von Gipsnachbildungen angefertigt worden waren, dass aber die drei, die vor etwa einem Jahre an Maus Hudson gegangen waren, aus einem gemeinschaftlichen Teig für sechs Abgüsse stammten, von denen die anderen drei die Gebrüder Harding in Kensington geliefert erhielten. Es lag kein Grund vor, dass diese sechs von denen irgendeiner anderen Serie verschieden sein sollten. Er konnte auch nicht einen sehen, weshalb sie jemand gerne vernichten möchte. Er musste bei dem Gedanken wirklich lachen. Der Fabrikpreis betrug sechs Schilling, der Händler nehme zwölf und darüber. Die Herstellung geschah so, dass von dem Modell von jeder Gesichtshälfte ein Abguss gemacht und dann diese beiden Profile zusammengesetzt wurden, womit die Büste fertig war. Dann kamen die nassen Büsten zum Trocknen auf einen Tisch im Flur und endlich ins Magazin. Die Hauptarbeit wurde von Italienern verrichtet. Soweit setzte er uns alles ganz ruhig auseinander. Als er aber die Fotografie sah, ging eine plötzliche Veränderung mit ihm vor. Er zog die Stirn in Falten und wurde rot vor Wut und Zorn. Ah, dieser Schurke, rief er. Ja, in der Tat, ich erkenne ihn wieder. Wir waren immer eine geachtete Firma und das einzige Mal, wo die Polizei bei uns war, war es auch wegen dieses Schufts. Es ist jetzt ein Jahr her. Er hatte auf der Straße einen Landsmann mit dem Messer gestochen, kam dann zur Arbeit hierher. Die Polizei folgte ihm auf den Versen und nahm ihn fort. Beppo, hieß er. Den Zunahmen habe ich nie gekannt. Gott behüte mich davor, dass ich je wieder einen Menschen mit solchem Affengesicht einstelle. Aber er war ein tüchtiger Arbeiter, einer von den Besten. Wie viel Strafe hat er damals bekommen? Der Verletzte ist nicht gestorben und so ist er mit einem Jahr davon gekommen. Ich glaube, dass er jetzt wieder raus ist. Er hat sich aber noch nicht wieder hier sehen lassen. Ein Vetter von ihm steht noch in unseren Diensten. Ich nehme an, dass der Ihnen Näheres sagen kann. Nein, nein, rief Holmes. Sagen Sie seinem Vetter um Gottes Willen kein Wort. Kein Wort. Ich bitte Sie darum. Die Sache ist von größter Wichtigkeit. Und je weiter ich sie verfolge und je mehr ich darüber nachdenke, umso wichtiger erscheint sie mir. Als Sie im Buch nachsahen, wann diese Büsten verkauft worden sind, bemerkte ich, dass es am 3. Juni vergangenen Jahres gewesen ist. Wissen Sie vielleicht noch das Datum von Beppos Verhaftung? Aus der Lohnliste lässt es sich ungefähr ersehen, antwortete der Werkmeister. Jawohl, fuhr er fort, nachdem er eine Zeit lang nachgeblättert hatte. Zum letzten Mal hat er am 20. Mai Lohn bekommen. Ich danke Ihnen, sagte Holmes. Ich glaube nicht, dass ich Sie noch weiter zu bemühen brauche. Nachdem er der Vorsicht halber nochmals gebeten hatte, über unsere Nachforschungen strengstes Schweigen zu beachten, entfernten wir uns und lenkten unsere Schritte nach Westen zurück. Es war bereits am späten Nachmittag, als wir endlich Zeit fanden, in einem Restaurant ein Imbiss zu nehmen. Am Eingang desselben erblickten wir ein Extrablatt mit der Überschrift Schreckenstat in Kensington, Mord eines Irrsinnigen. Holmes ließ sich eines geben, um es beim Essen zu lesen. In zwei Spalten war in höchst sensationeller Weise das ganze Ergebnis in den grellsten Farben geschildert. Ein paar Mal musste Holmes lachen. Unser Freund Hake hat seine Sache noch gut gemacht. Sehr gut, Watson. Hör mal folgende Stelle. Zu unserer Befriedigung können wir feststellen, dass in diesem Falle keinerlei Meinungsverschiedenheiten besteht, denn Herr Lestrade, einer der erfahrensten Beamten von Scotland Yard und der bekannte Privatdetektiv Sherlock Holmes sind ganz unabhängig voneinander zu dem übereinstimmenden Ergebnis gelangt, dass die verschiedenen auffälligen Vorkommnisse der letzten Tage, die nun ein so tragisches Ende genommen haben, eher die Tat eines Irrsinnigen als eines überlegenen Verbrechers sind. Den Umständen nach kann nur ein Geisteskranker der Täter sein. Die Presse, fügte er dann hinzu, ist eine sehr schätzenswerte Einrichtung, wenn man sie zu benutzen versteht. Und nun wollen wir, sobald du mit dem Essen fertig bist, wieder nach Kensington zurück und sehen, was wir bei den Gebrüdern Harding über die Sache in Erfahrung bringen können. Der Gründer dieses großen Kaufhauses war ein lebhafter kleiner Herr, körperlich und geistig gewandt. Jawohl, mein Herr, ich habe den Bericht schon in den Abendblättern gelesen. Herr Haker ist ein Kunde von mir. Wir haben ihm den Kopf vor einigen Monaten geliefert. Wir hatten drei von Gelder und Co. Sie sind alle verkauft. An wen? Das können wir Ihnen anhand unserer Bücher ganz leicht sagen. Jawohl, hier habe ich es schon. Eine an Herrn Haker, eine an Herrn Josiah Brown in Chiswick und eine an Herrn Sandford in Reading. Wollen Sie sich bitte selbst überzeugen? Nein, das Gesicht auf der Fotografie habe ich nie gesehen. Man würde es wegen seiner auffallenden Hässlichkeit schwerlich vergessen. Ich habe kaum jemals ein hässlicheres Bild gesehen. Ob bei uns irgendwelche Italiener in Diensten stehen? Ja, wir haben einige als Arbeiter und als Putzer. Diese konnten gut einen Einblick in das Verkaufsbuch nehmen, wenn sie Lust dazu hatten. Wir haben keinen Grund, es unter Verschluss zu halten. Ja, ja, es ist allerdings eine eigentümliche, verzwickte Sache. Ich will hoffen, dass Ihre Nachforschungen von Erfolg sind und dass Sie mir dann mal Nachricht geben. Holmes hatte sich, während Herr Harding mit ihm sprach, einige Notizen gemacht und ich konnte ihm ansehen, dass ihn der Verlauf der Angelegenheit vollauf befriedigte. Er sagte freilich nichts, sondern bemerkte nur, dass wir zu unserer Verabredung mit Lestrade zu spät kommen würden, wenn wir uns nicht sehr beeilten. Als wir in der Bakerstraße ankamen, war der Inspektor denn auch schon da und schritt ungeduldig in unserem Zimmer auf und ab. An seiner wichtigen Miene war zu erkennen, dass seine Arbeit an diesem Tage nicht vergeblich gewesen war. »Nun«, fragte er, »Glück gehabt, Herr Holmes?« »Wir haben heute ein gutes Stück Arbeit hinter uns, und zwar erfolgreiche«, antwortete mein Freund. »Wir haben sowohl die Verkäufer wie die Fabrikanten der Büsten aufgesucht.« »Ich kann Ihre Spuren nun von Anfang an verfolgen.« »Der Büsten«, rief Lestrade, »ja, ja, Sie haben Ihre eigenen Methoden und es kommt mir nicht zu, etwas dagegen zu sagen. Doch glaube ich, ein besseres Tagewerk verrichtet zu haben als Sie.« »Ich habe die Leiche identifiziert.« »Was Sie sagen?« »Und den Grund zum Verbrechen gefunden.« »Ausgezeichnet!« »Wir haben nämlich Inspektor Saffron Hill, einen genauen Kenner des italienischen Viertels.« »Aus einem Wahrzeichen der katholischen Kirche, das der Ermordete um den Hals trug, und aus seiner braunen Gesichtsfarbe schloß ich, dass er ein Italiener sei.« »Und Hill, der nicht hinzuzog, erkannte die Leiche sofort wieder.« »Er heißt Pietro Benucci, stammt aus Neapel und ist einer der gefährlichsten Burschen in London.« »Er ist Mitglied der Mafia, wie Sie wissen, ein Geheimbund, der den Mord auf seinen Banner geschrieben hat.« »Die Sache klärt sich nun folgendermaßen auf.« »Sein Mörder ist auch ein Italiener und gehört ebenfalls der Mafia an.« »Dieser hat sich aber gegen die Vorschriften vergangen und Pietro ist mit seiner Verfolgung betraut worden.« »Die Fotografie, die wir bei der Leiche gefunden haben, ist wahrscheinlich die des Mörders.« »Pietro hat sie bekommen, um keinen Falschen niederzustechen.« »Er hat ihn nun verfolgt, in ein Hauseinbrechen sehen, ihn draußen aufgelauert und in dem entstandenen Handgemenge selbst den Todesstoß bekommen.« »Was sagen Sie dazu, Herr Holmes?« Holmes klatschte beifällig die Hände. »Großartig, Herr Lestrat, großartig«, rief er. »Aber ich habe Ihre Erklärung von der Zerstörung der Büsten nicht recht verstanden.« »Der Büsten? Spuken Ihnen die Büsten immer noch im Kopf rum?« »Das ist ganz nebensächlich. Gewöhnlicher Diebstahl, sechs Monate Gefängnis im höchsten Fall. In erster Linie müssen wir doch den Mörder suchen und ich kann Ihnen sagen, dass ich alle Fäden bereits in der Hand halte.« »Und was gedenken Sie nun zunächst zu tun?« »Das ist sehr einfach. Ich werde mit Hill ins italienische Viertel gehen, den Mann mit Hilfe unserer Fotografie ausfindig machen und ihn wegen Mordes verhaften.« »Wollen Sie mitkommen?« »Ich denke nicht.« »Ich glaube, wir können unser Ziel auf noch einfachere Weise erreichen.« »Ich kann es zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, weil alles davon abhängt, nun, weil alles von einem Punkte abhängt, der sich unserer Kontrolle vollständig entzieht.« »Aber ich hege große Hoffnung, in der Tat, ich möchte zwei gegen eins wetten, dass, wenn Sie sich heute Nacht uns anschließen, ich Ihnen behilflich sein kann, Ihnen dingfest zu machen.« »Im italienischen Viertel?« »Nein, in Chiswick ist eine Adresse, wo wir Ihnen, glaube ich, eher finden werden.« »Wenn Sie heute Nacht mit mir nach Chiswick kommen wollen, Lestrade, verspreche ich Ihnen, Sie morgen ins italienische Viertel zu begleiten.« »Die Verzögerung kann ja nicht schaden.« »Nun werden uns allen ein paar Stunden Schlaf gut tun, und ich schlage vor, nicht vor elf Uhr aufzubrechen, denn wir werden aller Voraussicht nach Vortagesanbruch nicht zurückkommen.« »Sie können mit uns essen, Lestrade, und sich dann auf dem Sofa etwas ausruhen.« »Du kannst einstweilen nach einem Extraboten klingeln, Watson, denn ich muß vorher noch einen sehr wichtigen Brief wegschicken.« Holmes durchstöberte den ganzen Abend die alten Zeitungen in unserer Rumpelkammer. Als er endlich herunterkam, machte er ein triumphierendes Gesicht, sagte aber keinem von uns ein Wort über das Ergebnis seiner Tätigkeit. »Ich für meinen Teil, der ich den Methoden, womit er die verschiedenen Irrwege des verwickelten Falles aufgespürt hatte, genau gefolgt war, verstand sehr wohl, wenn ich auch das Endziel seines Strebens noch nicht erkennen konnte, dass er diesen eigenartigen Verbrecher bei dem Diebstahl der zwei übrig gebliebenen Büsten abfassen wollte, von denen sich die eine, wie ich mich erinnerte, in Chiswick befand. Zweifellos sollte er von uns auf frischer Tat ertappt werden, und ich wunderte mich über die Schlauheit, womit mein Freund eine falsche Fährte in die Abendblätter lanciert hatte, um den Kerl in dem Wahn zu lassen, dass er sein Handwerk ruhig fortsetzen könnte. Es überraschte mich daher auch nicht, als mir Holmes den guten Rat gab, mich mit einem Revolver zu versehen. Er selbst hatte seine geladene Pistole, seine Lieblingswaffe zu sich gesteckt. Um elf stand ein Wagen vor unserem Haus. Wir fuhren in diesem bis zur Hammersmith-Brücke, wo der Kutscher halten musste. Wir gingen von hier noch eine kurze Strecke zu Fuß und kamen dann in eine Straße von niedlichen Häusern mit hübschen Vorgärten. Am Eingang eines derselben konnten wir im Scheine einer Straßenlaterne den Namen Laburnum Villa lesen. Die Bewohner waren offenbar schon zu Bett gegangen, denn es war alles dunkel, nur durch ein kleines, rundes Fenster über der Haustür fiel schwaches Licht auf den Gartenweg. Ein dichter, hölzerner Zaun, der das Grundstück von der Straße trennte, warf einen schwarzen Schatten nach innen. Hier versteckten wir uns. Ich fürchte, wir können lange warten, flüsterte Holmes. Wir müssen froh sein, dass es nicht regnet. Ich glaube, wir dürfen nicht einmal rauchen, um uns die Zeit zu vertreiben. Aber wir haben die doppelte Aussicht, unsere Mühe belohnt zu sehen. Unsere Wache war jedoch nicht von so langer Dauer, wie Holmes vermutet hatte. Nach gar nicht langer Zeit, ohne dass wir vorher auch nur einen Laut gehört hatten, ging plötzlich die Gartentür auf und eine geschmeidige, dunkle Gestalt bewegte sich so gewandt und flink wie ein Affe auf dem Gartenpfad nach dem Haus zu. Wir sahen sie durch den Lichtschein huschen und im Schatten des Hauses verschwinden. Es trat eine längere Pause ein und es war so still, dass wir den Atem anhalten mussten. Dann drang ein knarrendes Geräusch an unsere Ohren. Das Fenster wurde aufgemacht. Eine neue Ruhepause und der Kerl stieg ein. Wir sahen einen Moment durch den Schein der Laterne. Was der Einbrecher suchte, schien er nicht gefunden zu haben, denn bald darauf bemerkten wir denselben Lichtschein durch ein anderes Fenster und noch durch ein drittes. Jetzt müssen wir uns an das offene Fenster schleichen, flüsterte uns Lestrat zu. Wir wollen ihn packen, wenn er herausklettert. Ehe wir aber seiner Aufforderung nachkommen konnten, war der Kerl schon wieder herausgesprungen. Als er in den Lichtschein des Haustürfensters kam, sahen wir, dass er etwas Weißes unter dem Arm hatte. Er blickte sich verstohlen um. Die Ruhe auf der leblosen Straße machte ihn sicher. Er legte seinen Raub auf die Erde und im nächsten Augenblick hörten wir einen scharfen Schlag, dem ein Klirren und Rasseln folgte. Der Mann hatte uns den Rücken zugekehrt und war derart in seiner Arbeit vertieft, dass er nicht merkte, wie wir über den Rasen krochen. Wie ein Tiger sprang ihm Holmes mit einem gewaltigen Satz in den Nacken und im Nu hatten Lestrat und ich seine Hände erfasst und ihm die Schellen angelegt. Als wir ihn auf den Rücken legten, stierte uns ein hässliches, fades Gesicht mit verzerrten, wütenden Zügen entgegen. Ich erkannte an der affenartigen Bildung desselben sofort den Mann auf der Fotografie. Holmes kümmerte sich nicht weiter um unseren Gefangenen. Er hockte auf der Haustreppe und prüfte in der sorgfältigsten Weise die Trümmer des weißen Gegenstandes, den der Dieb gestohlen und zerschlagen hatte. Es war eine ebensolche Büste Napoleons gewesen, wie wir bereits am Morgen eine gesehen hatten und sie war in gleicher Weise in Stücke zerbrochen. Holmes hielt jeden Teil einzeln gegen das Licht, aber keiner unterschied sich irgendwie von einem beliebigen anderen Stück Gips. Er war gerade mit seiner Untersuchung fertig, als im Hausflur ein neues Licht auftauchte und gleich darauf die Haustür geöffnet wurde. Es erschien der Eigentümer des Grundstückes, ein jovialer, wohlbeleibter Herr in Hemd und Hosen. »Herr Josiah Brown«, sagte Holmes, »zu dienen, mein Herr, und Sie sind gewiss Herr Sherlock Holmes?« Ich empfing Ihren Brief, den Sie mir durch einen Sonderboten zusandten und handelte genau nach Ihren Vorschriften. Wir verschlossen sämtliche Türen im Innern des Hauses und warteten ruhig der Dinge, die da kommen sollten. Nun, es freut mich, dass Sie den Kunden erwischt haben. Ich darf Sie wohl einladen, hereinzukommen und eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen. Lestrade wollte jedoch seinen Mann möglichst schnell in Sicherheit bringen. Daher wurde unser Aufenthalt nicht lange ausgedehnt. Als nach einigen Minuten unser Wagen kam, stiegen wir alsbald ein und fuhren zusammen nach London. Unser Gefangener gab keinen Ton von sich. Er stirrte uns unheimlich an und als ich zufällig einmal mit der Hand in den Bereich seiner Zähne kam, schnappte er danach wie ein wildes Tier. Die Untersuchung auf der Polizeiwache nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. Sie förderte aber weiter nichts zu Tage als ein paar Schilling Geld und ein langes, durchartiges Messer mit Scheide, was allerdings insofern von Bedeutung war, als sich noch frische Blutspuren daran befanden. Alles Weitere wird sich schon finden, sagte Lestrade, als wir uns trennten. Hill kennt die ganze Gesellschaft, er wird auch diesen kennen. Sie werden sehen, dass meine Theorie von der Mafia richtig ist und die ganze Sache erklärt. Vorläufig spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus für die rasche und kunstgerechte Ergreifung des Mordgesellen. Ganz klar ist mir die Geschichte übrigens augenblicklich doch noch nicht. Zu längeren Auseinandersetzungen ist es etwas zu spät geworden, erwiderte Holmes. Außerdem ist ein Punkt für mich noch nicht vollständig aufgeklärt. Der Fall scheint es jedoch zu lohnen, dass man ihn bis zum letzten Ende verfolgt. Wenn Sie morgen Abend um 6 Uhr wieder in meine Wohnung kommen wollen, glaube ich Ihnen zeigen zu können, dass Sie die Sache auch jetzt noch nicht begriffen haben. Sie ist in mancher Beziehung ohne Beispiel in der Kriminalgeschichte. Wenn ich dir je die Erlaubnis erteile, meine kleinen Erlebnisse weiter zu veröffentlichen, wird voraussichtlich die Erzählung von den sechs Napoleon-Büsten ein besonders interessantes Kapitel in deinem Buche bilden, lieber Watson. Als Lestrade am Abend zu uns kam, war er in der Lage, über unseren Gefangenen viele Angaben zu machen. Sein Vorname sei wahrscheinlich Beppo, der Zunahme sei noch nicht bekannt. Er sei ein bekannter Taugenichts in der italienischen Kolonie, aber vordem ein geschickter und fleißiger Bildhauer gewesen. Er sei eben auf Abwege geraten und schon zweimal mit Gefängnis vorbestraft. Einmal wegen Diebstahls und einmal wegen einer Stecherei. Er könne perfekt Englisch. Seine Gründe zur Vernichtung der Büsten seien noch unbekannt und er verweigere jede Auskunft darüber. Die Polizei habe jedoch ermittelt, dass er diese Büsten sehr wohl selbst angefertigt haben könne, weil er solche Arbeiten bei Gelder & Co. ausgeführt habe. Holmes hörte diese Mitteilungen, obwohl sie uns meistenteils bekannt waren, freundlich an, aber ich kannte ihn zu gut, um deutlich zu sehen, dass er mit seinen Gedanken anderswo war. Trotzdem er seine gewöhnliche Miene zur Schau trug, merkte ich ihm eine gewisse Ungeduld und Erwartung an. Endlich sprang er vom Stuhl auf, seine Augen glänzten. Es hatte geklingelt. Gleich darauf vernahmen wir Schritte und ein ältlicher Herr mit gerötetem Gesicht und grauem Backenbart wurde hereingeführt. Er hatte in der rechten Hand eine große, altmodische Reisetasche, die er vorsichtig auf den Tisch setzte. »Bin ich hier recht bei Herrn Sherlock Holmes?« Mein Freund verbeugte sich lächelnd und sagte, »Sie sind gewisser Sandforders Reading?« »Jawohl, mein Herr. Ich habe mich leider etwas verspätet, aber die Züge lagen ungünstig. Sie schrieben mir wegen einer Büste, die sich in meinem Besitz befindet.« »Geriss.« »Ich habe Ihren Brief mitgebracht. Sie schreiben, ich beabsichtige, eine Kopie von Divines Napoleon zu kaufen und würde ihn für die irrige zehn Pfund zahlen. Stimmt das?« »Allerdings.« Ihr Brief hat mich etwas überrascht. Ich konnte mir nicht denken, woher Sie wissen sollten, dass ich ein solches Ding hatte. Natürlich müssen Sie darüber erstaunt gewesen sein. Die Erklärung ist jedoch sehr einfach. Herr Harding, der Inhaber der Firma Gebrüder Harding, teilte mir mit, dass Sie die letzte derartige Büste bekommen hätten und gab mir gleichzeitig Ihre Adresse. »So verhält sich also die Sache. Hat er Ihnen auch den Preis gesagt?« »Nein, das hat er nicht getan.« »Nun, ich bin ein ehrlicher, wenn auch kein reicher Mann. Ich habe fünfzehn Schilling bezahlt. Ich will Ihnen das nicht verheimlichen, ehe ich die zehn Pfund annehme.« »Ihre Rechtschaffenheit macht Ihnen alle Ehre, Herr Sandford, aber nachdem ich Ihnen nun mal diese Summe geboten habe, will ich auch dabei bleiben.« »Gut, Sie sind sehr nobel. Ich habe den Kopf Ihrem Wunsche gemäß gleich mitgebracht. Hier ist er.« Er machte die Reisetasche auf und heraus kam eine getreue Nachbildung des divineschen Napoleon aus Gips, wie wir sie in ihren Stücken schon ein paar Mal gesehen hatten. Holmes zog ein Papier aus der Tasche und legte eine Zehn-Pfund-Note auf den Tisch. »Wollen Sie bitte dieses Schreiben in Gegenwart dieser Zeugen unterzeichnen, Herr Sandford? Es besagt nur, dass Sie jedwedes Recht, das Sie an der Büste haben, auf mich übertragen. Ich bin ein vorsichtiger Mann, wie Sie sehen, und man weiß nie, was Sie später aus einer Sache entspinnt. Danke, Herr Sandford, hier ist Ihr Geld. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.« Sobald unser Besucher hinaus war, zeigte mein Freund ein eigentümliches Verhalten. Er nahm aus einer Schublade ein reines Tuch und breitete es auf dem Tisch aus. Dann stellte er seine eben erworbene Büste darauf. Zum Schluss nahm er seine Pistole und gab einen scharfen Schuss auf das Haupt Napoleons ab. Die Figur zerbrach in Stücke, die Holmes begierig betrachtete. Im nächsten Moment stieß er einen Freudenschrei aus und hob ein Stück in die Höhe, in dem ein runder, dunkler Gegenstand steckte wie eine Rosine in einem Kuchen. »Meine Herren«, rief er triumphierend, »darf ich Ihnen die berühmte schwarze Perle der Borgia zeigen?« Lestrade und ich waren eine Weile sprachlos, dann aber brachen wir ganz unwillkürlich in lautes Beifallklatschen aus, wie ein Theaterpublikum, wenn die Lösung des Stückes kommt. Eine flüchtige Röte überflog meines Freundes bleiche Wangen und er verbeugte sich wie der dramatische Künstler, der für den Beifall des Auditoriums dankt. In solchen Augenblicken war er nicht mehr die denkende, fühllose Maschine, sondern verriet die allgemein menschliche Liebe für Bewunderung und Beifall. Wenn er auch als stolzer und zurückhaltender Mann öffentliches Lob verabscheute, so konnte er doch durch die unwillkürliche Beifallskundgebung eines Freundes tief erschüttert werden. »Ja, meine Herren«, sagte er, »es ist die berühmteste Perle der Welt und ich habe Glück gehabt, ihre Spur durch eine Reihe logischer Schlüsse vom Schlafzimmer des Fürsten Kollerner im Decker Hotel, wo sie abhanden kam, bis in das Innere dieser letzten von sechs Napoleon-Büsten von Gelder und Co. in Stepney verfolgt zu haben.« Sie werden sich noch des Aufsehens erinnern, lässt Rat, welches das Verschwinden dieses kostbaren Kleinods damals erregte und wie die Londoner Polizei sich vergeblich bemühte, es wiederzufinden. Ich wurde auch zu Rate gezogen, vermochte aber damals ebenso wenig Licht in das Dunkel zu bringen wie die übrigen. Der Verdacht fiel auf die Zofe der Gräfin, eine junge Italienerin. Es konnte ihr aber nur nachgewiesen werden, dass ein Bruder von ihr in London lebte. Ein engerer Zusammenhang war jedoch nicht zu finden. Das Mädchen hieß Lucrezia Venucci und dieser Pietro, der in der vorgestrigen Nacht ermordet worden ist, ist kein anderer als ihr Bruder. Ich habe in den alten Zeitungen nach den Daten gesucht und daraus ersehen, dass die Perle gerade zwei Tage vor Beppos Verhaftung verschwunden war. Er wurde damals wegen einer Messeraffäre verfolgt und in der Werkstatt bei Gelder und Co. im selben Moment ergriffen, als diese Büsten hergestellt wurden. Sie werden nun das folgende, wenn auch in anderer Reihenfolge als ich, ohne Schwierigkeiten begreifen können. Beppo hat die Perle in seinem Besitz. Vielleicht hatte er sie von Pietro gestohlen, vielleicht war er auch sein Komplize, womöglich gar der Zwischenträger zwischen Pietro und seiner Schwester. Ob die eine oder die andere Annahme richtig ist, tut nichts zur Sache. Es kommt nur darauf an, dass er die Perle hatte und zur Zeit, als ihn die Polizei verfolgte, bei sich trug. Er lief in die Werkstatt. Er wusste, dass er in etlichen Minuten eine Durchsuchung zu gewärtigen hatte, bei der man die Perle finden würde, da sah er sechs Napoleon-Büsten im Gang zum Trocknen stehen. Eine von ihnen war noch weich. Ohne Besinn machte Beppo, ein geschickter Arbeiter, ein kleines Loch in die feuchte Gipsmasse, steckte rasch die Perle hinein und machte die Öffnung durch ein paar kunstgerechte Fingerbewegungen wieder zu. Es war ein vortreffliches Versteck. Kein Mensch konnte die Perle an dieser Stelle vermuten und finden. Beppo musste nun ein Jahr ins Gefängnis, währenddessen die sechs Büsten über ganz London zerstreut wurden. Er wusste selbstverständlich nicht, in welcher der Schatz verborgen war. Er konnte ihn nur finden, wenn er sie nacheinander zerschlug, denn einfaches Schütteln half nichts, weil die Perle in dem nassen Gips wahrscheinlich festgeklebt war, wie es tatsächlich auch der Fall ist. Beppo begab sich mit anerkennenswertem Eifer und der nötigen Zähigkeit auf die Suche. Durch einen Vetter, der bei Gelder arbeitet, erfuhr er die Namen der Käufer jener Wüsten. Es gelang ihm, bei Moss Hudson Beschäftigung zu finden, wo er drei davon auskundschaftete. Die Perle war nicht drin. Mithilfe eines italienischen Angestellten von Harding brachte er ihn Erfahrung, wo die drei anderen hingekommen waren. Die eine hatte Haker bekommen. Dorthin folgte ihm sein Genosse Pietro, um ihn wegen des Verlustes der Perle zur Rechenschaft zu ziehen, wurde aber im Verlauf des darüber entbrannten Streites erstochen. Wenn Beppo sein Genosse war, warum hatte Pietro dann seine Fotografie in der Tasche, warf ich ein, um ihn aufzufinden, wenn er sich bei dritten Personen nach ihm erkundigen wollte. Einen anderen Grund kann es wohl kaum gehabt haben. Nach dieser Tat musste Beppo meiner Berechnung nach seinen Nachforschungen eher beschleunigen als verzögern, denn er hatte zu befürchten, dass die Polizei das Geheimnis durchschaue und er musste deshalb die Perle auf jeden Fall eher wieder zu erlangen suchen, als die Polizei seiner Habhaft werden konnte. Selbstverständlich wusste ich nicht, ob er sie nicht schon in der Hakerschen Büste gefunden hatte. Ja, ich wusste nicht einmal genau, ob es sich um diese Perle handelte. Nur so viel war mir klar, dass er etwas in der Büste gesucht hatte, denn sonst würde er sie nicht an verschiedenen Häusern vorbei, gerade in den Garten getragen haben, wo eine Laterne Licht verbreitete. Da Hackers Büste eine von dreien war, so standen meine Chancen wie zwei zu eins, wie ich gestern Abend schon sagte. Es waren noch zwei Büsten übrig und es war anzunehmen, dass er zuerst die in der Stadt befindliche holen würde. Ich schickte daher an die Bewohner dieses Hauses einen Brief, worin ich sie auf das bevorstehende aufmerksam machte und wir begaben uns dann selbst dorthin und hatten das beste Resultat. Nun wurde es mir natürlich zur Gewissheit, dass es sich um die Borgia-Perle handelte. Der Name des Ermordeten bildete das Verbindungsglied zwischen den zwei Fällen. Es war nun nur noch eine einzige Gipsfigur vorhanden, die in Reading, in dieser musste die Perle sein. Ich habe diese letzte Büste in ihrer Gegenwart ihren Besitzer abgekauft und hier ist die Perle. Wir waren eine Weile stumm. Ich habe sie schon viele Fälle behandeln sehen, Herr Holmes, sagte dann Lestrat. Mehr Schafsinn und Umsicht haben sie aber, soviel ich mich entsinnen kann, noch bei keinem anderen Tag gelegt. Wir sind nicht eifersüchtig auf sie in Scotland Yard. Nein, im Gegenteil. Wir sind stolz auf sie und wenn sie morgens zu uns hinunterkommen, wird ihnen jeder, vom ältesten Inspektor bis zum jüngsten Schutzmann mit Freuden die Hand schütteln und gratulieren. Ich danke ihnen, sagte Holmes. Ich danke ihnen. Er drehte sich um und schien mir stärker gerührt zu sein als je zuvor. Einen Augenblick später war er aber schon wieder der kalte, geschäftsmäßige Denker. Lege die Perle in den Schrank, Watson, sagte er, und nimm die Akten über den cong-singelten Münzprozess heraus. Adieu, Herr Lestrat. Wenn Sie wieder mal eine kleine Aufgabe haben, bin ich gern bereit, soweit es in meinen Kräften steht, Ihnen bei der Lösung behilflich zu sein. Ende von Die sechs Napoleon-Büsten Aufgenommen von Welfenelfen Sie steht doch still Von Joachim Ringelnatz Gelesen für LibriVox.org Sie steht doch still Ein großer Dampfer schiebt sich durch den Ozean. Auf dem Gitterwerk über dem Maschinenraum liegt ein kranker Mann, das schmutzige Gesicht auf die heißen Stangen gepreßt, nicht schlafend, nicht wachend. Schwüle Dämpfe steigen von unten herauf und hängen Perlen an seine Stirne. Wenn er die Augen öffnet, sieht er Räder, Kessel und Stangen. Er sieht sie jetzt auch mit geschlossenen Augen. Die Maschine stampft, schlägt, braust, dröhnt, wie sie Tag und Nacht tut. Heute hört er es. Dabei wartet er mit Angst auf ein Glockenzeichen. Es muss gleich kommen. Vergeblich versucht er zu schlafen, nichts zu denken. Er sieht Räder, Kessel, Stangen. Er denkt an die Glocke und hört das Dröhnen der Maschine. Sie steht nicht still, flüstert er vor sich hin. Plötzlich liegt Udo neben ihm. Udo ist schon zwei Wochen tot. Er ist verrückt geworden und über Bord gesprungen, weil sie nicht still stand. Udo, glast es bald? fragt der kranke Mann. Noch eine Minute, gibt der andere zurück. Udo, ich kann nicht mehr. Udo grinst blöde und schweigt. Nicht wahr, sie steht nicht still. Nein, sie steht nicht still. Aber wenn wir alle nicht mehr wollen. Alle? Udo lacht hart. Ihr müsst und ihr wollt. Udo ist die Minute bald um, niemand antwortet. Der kranke Heizer ist allein. Acht Glockenschläge gellern häßlich durch den gleichmäßigen Lärm. Es klingt wie das Hü-Hü eines Kutschers. Der Mann erhebt sich matt und steigt mit klappernden Holzpantoffeln die schwarze Wendeltreppe hinab. Hansen, der abgelöste Heizer, übergibt ihm eine Pfeile und spricht dabei etwas. Er versteht es nicht. Sie steht nicht still, murmelt er, ohne aufzusehen. Wer steht nicht still? fragt Hansen verwundert. Ach, Udo hat's gesagt. Hansen dreht sich ärgerlich um und steigt mit einer höhnischen Bemerkung an Deck. Der Mann unten legt die Pfeile fort, nimmt eine Kanne und beginnt zu ölen. Der Maschinist tritt aus dem Heizraum ein. Er gibt irgendeine Anweisung. Der Heizer tritt an das große Rad, um das Öl-Bassin aufzufüllen. Sie steht nicht still, stöhnt er ganz leise und schauert dabei zusammen, als ob er fröre. Auf einmal ist der Heizer nicht mehr da. Es klingt schrecklich, wenn ein menschlicher Körper zermahlen wird. Noch viel schrecklicher als das kurze Todesgekreisch eines, der verunglückt. Der Maschinist hält sich die Ohren zu und starrt zitternd, bleich, mit verzerrten Augen auf die roten Fetzen an dem rotierenden Rad. Im Vorderschiff unter Deck trinkt Hansen Kaffee mit anderen Heizern. Mitten im lustigen Gespräch setzt er seine Tasse nieder und wendet horchend sein Gesicht zu Boden. Dann sagt er tiefernst, sie steht doch still. Ende von Sie steht doch still. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfte Fabel von Christiana Mariana von Zegler Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fünfte Fabel Ein Eichhörnchen belustigte sich einstmals auf den Zweigen einer Eiche mit hin- und herspringen. Er spielte mit den Blättern, vielleicht etwas zu seiner Nahrung zu suchen. Der Stamm dieses Baumes war stark und seine Äste breiteten sich sehr aus. Es hatten die Bienen in eben diesen Baum ihren Honig getragen. Ein hungriger Bär ging vorbei und wurde des Honigs gewahr. Indem er die Tatze ausstreckte, etwas von der süßen Kost zu genießen, fing das kleine Mätzchen an zu hüpfen. Der Bär zog sich zurück und betrachtete den Baum bis auf den obersten Gipfel. Endlich ward er das kleine Tierchen gewahr. Kaum dass er dasselbe ins Gesicht bekommen, fing er an zu brummen und drohte dem Eichhorn, wo es nicht still sitzen würde, wollte er den ganzen Baum umreißen. Das Eichhorn kehrte sich an nichts und sprach, Mein guter Bär, ich habe mir niemals die Mühe genommen, dich bei deiner Honignäscherei zu stören. Warum machst du dich an den Baum, den ich zu meiner Lust ausersehen habe? Der Baum ist vor mich und ich weiche nicht ein Blatt zurücke. Der Bär erklärte sich, es wäre ihm nur um den Honig zu tun. Das Mätzchen fiel dem Bär ins Wort und sagete, Wohlan, der Baum soll uns entscheiden, welcher von uns beiden den größten Vorteil von seiner Nahrung und Anmut haben soll. Der Baum neigete alsobald die Äste alle nach dem Eichhorn und durch eine heftige Erschütterung fiel der Honig in die Höhle des Baumes. Da stand der Bär voller Grimm und Wut und musste sich schämen, daß er sich gegen das Eichhorn und den Baum bloß gegeben. Dieses aber hüpfete und war voller Freuden, daß es noch ferner unter dem Schatten seiner Zweige sich belustigen konnte. Diese Begebenheit gleiche zwehen Liebhabern, welche sich zugleich bei einem Frauenzimmer einzuschmeicheln suchen. Der eine ist bescheiden und läßt sich an ein und anderer Bezeigung der Gewogenheit genügen. Der andere hat seine Absichten vielleicht wieder den Wohlstand genommen. Kommt er nicht zu seinem unüberlegten Zweck, so möchte er gerne den anderen aus dem Wege schaffen, um diese süße Näscherei desto ungestörter zu genießen. Allein er besinnet sich nicht, dass das Frauenzimmer die Hauptperson in dem Spiele ist, welcher so wohl als dem Baum erlaubet bleibet, ihre Neigung dem einen mehr als dem anderen zu schenken, ohne sich an das Brummen eines mißvergnügten Liebhabers zu kehren. Ende von Fünfter Fabel Das dicke Wasser von Gustav Meyrink Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Boris Greff Im Ruderclub Klia herrschte brausender Jubel. Rudi, der zweite Bug, genannt Sulzfisch, hatte sich überreden lassen und sein Mitwirken zugesagt. Nun war der Achter komplett. Gott sei Dank. Und Peppi Staudacher, der berühmte Steuermann, hielt eine schwungvolle Rede über das Geheimnis des englischen Schlages und toastierte auf den blauen Donaustrand und den alten Stephansdom »Dulieu, Dulieu«, dann schritt er feierlich von einem Ruderer zum Anderen, jedem das Trainingsehrenwort, vorerst das Kleine, abzunehmen. Was da alles verboten wurde, es war zum Staunen. Staudacher, für den als Steuermann all dies keinerlei Geltung hatte, wusste es auswendig. Erstens nicht rauchen, zweitens nicht trinken, drittens kein Kaffee, viertens kein Pfeffer, fünftens kein Salz, sechstens, siebtens, achtens und vor allem keine Liebe, hören Sie, keine Liebe, weder praktische noch theoretische. Die anwesenden Clubjungfrauen sanken um einen halben Kopf zusammen, weil sie die Beine ausstrecken mussten, um ihren Freundinnen vis-à-vis bedeutungsvolle Fußtritte unter dem Tisch zu versetzen. Der schöne Rudi schwellte die Heldenbrust und stieß drei schwere Seufzer aus, die anderen schrien wild nach Bier, der kommenden schrecklichen Tage gedenkend. Eine Stunde noch, meine Herren, heute ausnahmsweise, dann ins Bett und von morgen an schläft die Mannschaft im Brummte bestätigend der Schlagmann, trank aus und ging. Ja, ja, der nimmt's ernst, sagten alle bewundernd. Spät in der Nacht traf ihn die heimkehrende Mannschaft zwar Arm in Arm mit einer auffallend gekleideten Dame in der Brezelgasse, aber es konnte ja gerade so gut seine Schwester sein. Wer kann denn in der Dunkelheit eine anständige Dame von einer Infektionöse unterscheiden? Der Achter kam dahergesaust, die Rollsitze schnarchten, die schweren Ruderschläge dröhnten über das grüne, klare Wasser. Jetzt kommt der Innspurt, da schau'n's, da schau'n's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, aha, ein Vierundvierziger. Staudachers Kommandogeheul ertönte. Achtung, stopp, achter, sechser, zum streichen, einser, dreier, fort, alt! Die Mannschaft stieg aus, keuchend, schweißbedeckt. Da schau'n's, der Nummer drei, die Bratsen, wie junge Reisetaschen, was? Überhaupt, die Steuerbordseite ist gut beisam. Der beste Mann im Boot ist halt doch Nummer sieben. Ja, ja, unser Siebener, Geldwurstel, Ha, ha, no, und die Haxen von Nummer acht san' gar nix, was? Wissen's, wie viel mir heut g'forn's an, Herr von Bogenheld, wandte sich Sebastian Kurzweil, der zweite Schlagmann, an den Vizeobmann, der verständnislos dem Herausheben des vierzehn Meter langen, einem Haifisch gleichenden Achtriemers zusah. Dreimal, riet der Vizeobmann. Wie viel sag' ich, brüllte Kurzweil. Fünfmal, stotterte erschreckt Herr von Bogenheld. Himmel, sakra, der Ruderer schüttelte den Arm. Er meint, wie long, warf ein Junior ein, der schüchtern dabei stand und einen schmutzigen Fetzen in der Hand hielt. Ach so, fünf Kilometer. Die Mannschaft machte Miene, sich auf Herrn von Bogenheld zu stürzen. Sie hätten ihn zerrissen, da rief sie eine Serie rätselhafter Kommandos wieder an das Boot. »Mann, Andriga, auf, auf mich, prsch!« da lief das Wasser aus dem umgewendeten Boot. »Schwenken, fort!« Und acht rot-weiß und spärlich bekleidete Gestalten, ohne Strümpfe und mit phantastischem Schuhwerk, hantierten an dem Boot herum und schleppten es mit tiefem Ernst in den Schuppen. »Na, raten Sie jetzt!« Und der Steuermann schwenkte eine silberne Taschenuhr an einem roten Strick hin und her. »Also, wie viel?« »Der Vizeobmann mochte aber nicht mehr.« Staudachin zündete sich eine Virginia an, denn ein echter Steuermann muss gewissenhaft alles tun, was gesundheitsschädlich ist, um leichter zu werden. »Also, raten Sie, Herr Dr. Hecht!« »Füglich, äh, füglich soll man die Zeit geheim halten,« näselte dieser Fachgewand und zwinkerte nervös mit den Augenlidern. »Na, dann schauen Sie selbst,« sagte Staudacher. Alle beugten sich vor. »Fünf Minuten Zwei und dres Sekunden, kreischte der Junior und schwenkte den schmutzigen Fetzen über dem Kopf. »Jawohl, fünf zwei und dresig. Wissen Sie, was das heißt, meine Herren, fünf zwei und dresig für zweitausend Meter, stehendes Wasser, ich biete. »Fünf und dresig«, brüllte kurzweil, der jetzt splitternackt auf der Terrasse des Bootshauses stand, wie ein Stier herunter. Eine wilde Begeisterung ergriff alle Mitglieder. »Fünf, und dresig«, »und kennen Sie auch den Hamburger Rekord im Training«, fuhr Staudacher fort, »sechs Minuten, zwei Sekunden, bei Windstille«, mir hatte sein Freund telegrafiert, »sechs, zwei«, »und wissen Sie auch, was dreißig Sekunden differenz sind?« »Elf Längen«, »klare Längen«, jawohl«, »sieh, Ihre Zeit kann absolut nicht stimmen«, wandte sich ein Berliner Ruderer, der als Gast zugegen war an Staudacher. »Sehen Sie mal, der englische Professional-Rekord ist fünf und fünfzig, da wären Sie ja um zwei und dreißig Sekunden besser. Nur hören Sie mal, überhaupt, die Wiener Zeiten sind verflucht, verdächtig, vielleicht Ihnen Ihre Stoppuhren falsch.« »Schauen Sie, dass es wieder kommen, Sö, fünf wie fünf und fünf und fünfzig, Sö. Setzen Sie es in die Lotterie, do fünf wie fünf und fünf und fünfzig. Haben Sie überhaupt eine Idee, brät's, was wir Werner für Kraft haben?« höhnte Kurzweil von der Terrasse, dann hob er die Arme und brüllte, wie Weiland Ares im Trojanischen Krieg, daß es durch die Erlenwäldchen an den Ufern des Donaukanals gelte. »Hören Sie doch nur endlich mit dem Ihr Brüller auf, Sie da oben, oder wollen Sie vielleicht ein dreibändiges Buch über planloses Ihr Schrei herausheben?« rief der Berliner ärgerlich. »Psst, psst, nur kein Strär«, besänftigte Staudacher. »Übrigens, meine Herren, ich nehme heute schon die Glückwünsche zu unserem künftigen großen Siege in Hamburg entgegen. Meine Herren, auf diesen Sieg, meine Herren, hip, hip!« Die harmonischen Töne einer Drehorgel schnitten ihm die Worte ab. Ein Augenblick Totenstille, dann rhythmisches Trampeln im Ankleiderraum der Mannschaft, und alle stimmten begeistert mit ein in das Lied. »Das ist, was für'n Werner für a wernerisches Blut, was a wernerischer Walzer anem Werner als tuat.« Der Ausschluß des Clubs war auf dem Bahnhof versammelt und wartete auf die aus Hamburg heimkehrende Mannschaft in größter Erregung, denn in den Morgenblättern war ein schreckliches Telegramm abgedruckt gewesen. Hamburg, Achterrennen um den Staatspreis. Resultate, Favorit gleich Harmonia Hamburg, erste 6 Minuten 2 Sekunden. Ruderclub Clia, Wien, letzte 6 Minuten 32 Sekunden. Interessantes Rennen zwischen Favorit Harmonia Hamburg und Berliner Ruderclub. Wien unter 8 Booten 8es, kam nie ernstlich in Betracht. Die Arbeit der Österreicher saft- und kraftlos und auffallend marionettenhaft. »Sehen Sie wohl, was hab' ich gesagt?« höhnte der Berliner, der schon eine Stunde auf dem Perron wartete. »Gerade eine ganze Minute schlechtere Zeit als anjeblich hier im Training.« »Ja, es ist schrecklich fatal,« lispelte der Obmann, »und wir haben schon gestern Einladungen zum Siegesfest verschickt und das Bootshaus beflaggt und mit Reisig geschmückt.« »Es muß rein etwas passiert sein«, meinte zögernd ein alter Herr. Dann schrieen plötzlich alle durcheinander. »Der Nummer zwei ist schuld, der Sulzwisch, der zieht ja nicht einmal das Gewicht seiner Kappe. Der ganze Kerl ist schwaberisch wie a hektografenmasse.« »Vorste Nummer zwei, die ganze Backbordsäte ist kein Schuß Pulver wert.« »Überhaupt, der Einsatz fehlt. Catch the water.« »Verstehen Sie mich?« »Verstehen Sie Englisch?« »Catch the water.« »Schauen Sie her, so.« »Catch, catch, catch.« »Meine Herren, meine Herren, was nutzt das alles?« »Gätsch, catch, catch.« »Wenn man's wievils hat.« »Wie wollen Sie da einsetzen?« »Hab ich nicht immer gesagt, feste Dollen, was?« »Herr von Schwamm.« »Ja, feste Dollen.« »Ha, ha, zu meiner Zeit rum, bum, rum, bum.« »Hätt alles nicht geschat, aber natürlich knapp vorm Training bei der Nacht mit Weibern rumlaufen.« »Daran liegt's.« »Haben's damals unseren Stroke gesehen in der Brezelgassen.« »Wissen's, wer die Frauensperson war?« »Die blonde Sportmürzel.« »Wann söh's noch gerne?« Ein gellender Pfiff. Der Zug fährt ein. »Aus verschiedenen Coupés steigen die Cleanesen aus.« »Ärgerliche Gesichter, müde, abgespannte Mienen.« »Träger, träger, träger, himmel, sakra, sind denn keine Träger da?« »Erzählt's doch, was ist denn geschehen? Letzte, immer letzte?« »Der Sulzwisch«, murmelte Kurzweil ingrimmig. »Der schöne Rudi hat es gehört und tritt mit geschwellter Heldenbrust an ihn heran.« »Mein Herr, ich bin Reserveleutnant im Artillerie, Regiment Nummer 23, verstehen's mich.« Und er zwinkert mit entzündeten Liedern und sein Gesicht ist klebrig und rußgeschwärzt, als ob er auf einem Stempelkissen geschlafen hätte. »Ruhe, meine Herren, ruhe!« »Staudacher ist es, der eine Flasche in der Hand hält.« »Erzählen, Staudacher, erzählen!« »Alles umdrängte ihn.« Der kleine Steuermann hebt die Flasche in die Höhe. »Ihr ist des Rätsels Lösung. Wissen Sie, was da drin ist? Alsterwasser, Hamburger Alsterwasser.« »Und da drin soll unser eins rudern, wo wir an unser dünnes, klares Gäserwasser gewöhnt sind.« »Net wahr, kurzweil?« »Wissen Sie, dass dieses Alsterwasser bereits um ein Fünftel dicker is als ich das unsrige?« »Ja, wirklich, mur sieht's.« »Ich hab's selbst mit dem Areometta gemessen, und unsere Zeit ist trotzdem nur um ein Sechstel schlechter.« »Nu ein Sechstel, meine Herren, hä?« »Haben's an Idee, wie wir hier gewonnen hätten.« »Da wären die Hamburger gar nicht mitkommen.« Alle waren voll Bewunderung. »Nein, wirklich, alles, was recht ist. Unser Staudacher ist ein Fünftiger Kopf. So ein sollen's uns zeigen, die, 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 die deutschen Brüder aus dem Reich.« »Ja, ja, es gibt nur a Käserstadt, es gibt nur a Wern.« Ende von »Das dicke Wasser« »Das Warten« »Von Margarete von Sydow« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Das Warten« Zu jeder Zeit und an jedem Ort gibt es wartende Menschen. Und im Leben des einzelnen Menschen gibt es kaum eine Zeit, in der er nicht auf irgend etwas wartet. Vom Briefträger, der eine ersehnte Nachricht bringen soll, bis zur Erfüllung lebend entscheidender Wünsche, ist das irdische Dasein ein einziges, großes Warten. Die ganze Stufenleiter menschlicher Empfindungen ist eingepresst in dieses eine kleine Wort – Warten. Warten kann Ungeduld sein und schlechte Laune, kann Freude sein und Hoffnung, Sehnsucht und Glück. Warten kann sein, ein feierliches Harren im Vorhof des Tempels, bis das der Vorhang in zwei Teile zerreiße und die göttliche Flamme auflodere von den Altären der Erfüllung. Darum sollten wir das Warten nicht als einen lästigen Beitrag zu allen übrigen Unvollkommenheiten unseres Lebens rechnen, sondern es als ein Mittel zur Erziehung der eigenen Persönlichkeit erkennen lernen. Das richtige Warten stärkt und das verkehrte Warten entkräftet. Für den Wartenden steht in gewisser Weise das Leben still, wenigstens auf der Linie, auf der er wartet. Da entsteht, wenigstens äußerlich, ein Stocken alles Fortschritts, eine scheinbare Gleichgültigkeit gegen alles, was außerhalb des Gegenstandes unseres Wartens liegt. Und je nach der Wichtigkeit des Gegenstandes für unser Leben nimmt das Warten unserer Seelenkräfte mehr oder weniger in Anspruch, verzehrt sie oder erhöht sie. Es verzehrt sie, wenn nicht aus anderen, tieferen Quellen eine größere Kraft strömt, die das ersetzt, was wir durch das Warten an Kraft verbrauchen. Die Pflanze hält am längsten der Dürre und dem Sonnenbrande stand, deren Wurzeln am tiefsten gehen und aus dem Schoß der Erde die Feuchtigkeit ersetzen, die oben in der Hitze verdunstet. Und wenn das Verhältnis ein richtiges ist und wenn mehr Feuchtigkeit aufgenommen als verbraucht wird, so wird sich die Pflanze umso schöner und kraftvoller entfalten. Wenn die Seele aus der Tiefe einer starken Sittlichkeit und einer festen Selbstsucht, Geduld, Ruhe, Freudigkeit und Ergebung schöpft, so wird jedes Warten gleichsam zu einer Übung, an der diese Eigenschaften erstarken und sich einfügen zu leuchtenden Farben in das Bild eines harmonischen, das heißt in sich ausgeglichenen, sich selbst beglückenden und der Umwelt wohltuenden Menschenlebens. Wenn aber Ungeduld, Ungestüm, Missmut, Verdrossenheit oder Verzagtheit die Seele des Wartenden füllen, lauter Dinge, die Kraft verbrauchen, so wird das Warten zu Qual und Pein, die wiederum an der Kraft des inwendigen Menschen nagen, so dass seine innere Kraft gleichsam von zwei Seiten angenagt und je länger das Warten dauert, allmählich aufgefressen wird, so dass, wenn endlich die Erfüllung eintritt, nicht einmal mehr die Kraft zu einer rechtschaffenen Freude übrig blieb, sondern der Mensch nur mit einem erleichterten Aufseufzen die Bürte des Wartens von sich wirft und, mit der Erfüllung in den Händen, müde am Wege nieder sinkt. Ich kann es nicht mehr erwarten, ich kann mich gar nicht mehr so richtig freuen, es hat so lange gedauert. Wie oft hört man das und wie traurig ist das? Erwarten, was heißt denn das? Erwarten heißt, mit Ruhe und Stärke heranwarten, heranziehen. In demselben Sinne wie Ersehnen, Erkennen, Erschließen. Die kleine Silbe R heißt Erkennen, Erschließen, Besitz ergreifen in Eins. Und was heißt denn das, es hat so lange gedauert? Ja, vielleicht hat es deiner Ungeduld, deiner Berechnung, deinem Verstande, deiner Zeiteinteilung, deinen Plänen zu lange gedauert. Aber bei dem allermeisten Warten kommt es nicht auf dich allein an, sondern auch auf andere Menschen und andere Dinge und andere Verhältnisse, für die es vielleicht gerade nötig und gut war, dass es so lange dauerte. Stelle nicht immer dich in den Mittelpunkt deines Wartens. Nimm dich und deine Verhältnisse nicht so ungeheuer wichtig. Du bist nur ein kleiner Teil eines tausendfältigen Ganzen. Und das, worauf du wartest, ist vielleicht nur eine Masche in einem großen, kunstvollen Gewebe, das ganz in Unordnung geraten würde, wenn der große Weber sie um deiner Ungeduld willen vorzeitig fallen lassen würde. Es gibt Menschen, die sind nie so ruhevoll, so von innen heraus durchleuchtet, so von einer stillen, feierlichen Kraft getragen, als in Zeiten eines langen, großen Wartens. Und wenn man gemeinhin von kleinen Dingen sagt, Vorfreude ist die reinste Freude, so kann das noch viel mehr von den großen Dingen gelten. Denn mit der Erfüllung ist in diesem unvollkommenen Leben doch meist irgendeine kleine Enttäuschung verbunden, irgendetwas, das wir uns anders gedacht hätten. Ist aber unsere Seele am Warten erstarkt, so hat sie auch die Kraft, solche kleine Enttäuschungen zu verschmerzen, sie auszubrechen, wie man die Dornen aus der Rose ausbricht, ehe man ihr zum Schmuck und Freude den Ehrenplatz an der eigenen Brust gibt. Eine Rückwirkung auf unsere Seele geht aber nicht nur davon aus, wie wir warten, sondern auch davon, auf was wir warten. Wir haben es freilich nicht immer in der Hand, auf was wir warten wollen. Meist ist es so, dass uns das Leben und das Schicksal das Ziel zeigt und uns auf den Weg schiebt und die Länge und Beschwerlichkeit des Weges bestimmt oder uns auf den Posten stellt und sagt, von da oder dort kommt es. Nun gib Acht, dass du es nicht versäumst. Aber wie und wann es kommt, das sagt uns niemand. Das sollen wir eben erwarten. An uns ist es, zu erkennen, zu welchem Warten, zu welchen Erwartungen wir berechtigt sind und für welche es sich lohnt, Seelenkraft zu verausgaben und zu ersetzen. Wenn wir das immer recht bedächten, dann würde unsere Seele von manchem Unnützen, törichten und vergeblichen Warten befreit werden. Denn das meiste Warten und die meisten Enttäuschungen bereiten wir uns selbst, indem wir warten auf Dinge, deren Eintreten gar keinen Wert für uns hat, zu deren Besitz oder Genuss wir gar nicht berechtigt sind. Ich denke dabei vor allem an all das, was wir fortwährend im Kleinen und im Großen von anderen Menschen erwarten. Dank für Freundlichkeiten und Wohlthaten, Rücksichten auf unserer Eigenart, unsere Wünsche, unsere besonderen Verhältnisse, Hilfe in der Not, Theilnahme im Glück, Anerkennung unserer Verdienste, unserer Vortrefflichkeit, Erfolg unserer Bemühungen um diesen und jenen, Treue und Anhänglichkeit. Von unseren Kindern erwarten wir, dass sie so werden, wie wir sie haben möchten, und von unseren Eltern, dass sie uns das sein und werden lassen, was wir sind. Von unseren Untergebenen erwarten wir Gehorsam, und von unseren Vorgesetzten, unseren Freunden und Weggenossen Verständnis. Oft haben wir vielleicht ein Recht, eins oder das andere hiervon zu erwarten, öfter aber beruht dieses Recht nur in unserer Einbildung oder unserer verblendeten Ich-Sucht. Der Mensch ist am glücklichsten, der von andern so wenig wie möglich erwartet, so viel wie möglich aber von sich selber, nicht aus einer geringen Einschätzung der andern und aus einer umso höheren Einschätzung seiner selbst, sondern weil wir in den seltensten Fällen ein Recht auf den andern haben, weil der andre nur so weit uns verpflichtet ist, wie wir uns ihm verpflichtet haben, und weil der Mensch von jeher geneigt ist, mehr Pflichten zu fordern, als er selber zu erfüllen bereit ist, geschweige denn erfüllt hat. Von sich selber viel erwarten, das heißt nicht, sich einbilden, dass man ein ganz besonders wertvoller, fähiger, guter und kluger Mensch sei, der Besonderes leisten könne, sondern davon durchdrungen sein, dass man die Pflicht habe, seine eigene Persönlichkeit zur größtmöglichen Vollkommenheit zu entwickeln, sich sein Ziel so hoch wie möglich stecken und den Weg zu diesem Ziele unbeirrt gehen, und das ist eine harte, schwere Arbeit. Dazu gehört ein geduldiges, tätiges Warten. Je mehr wir dem nachdenken und nachleben, was wir andern schuldig sind, umso weniger Zeit werden wir haben, darüber nachzudenken und auf das zu warten, was andere uns schuldig sind. Und so kommt es ganz von selber, dass wir, je mehr wir von uns erwarten, umso weniger von den andern erwarten. Es ist ganz klar, dass uns auf diese Weise viel Enttäuschungen erspart und viel unverhoffte Freuden zu Theil werden, und dass wir viel unnötiges, kräfteaufzehrendes und launeverderbendes Warten aus unserem Leben ausschalten. Aber, sagst du, es handelt sich doch nicht immer um große Dinge, um schicksalbestimmendes, herzangreifendes Warten. Das ganze Leben ist so voll von kleinem, harmlosem, unwichtigem und in all seiner Kleinheit doch Wichtigem die Stimmung und das alltägliche Leben und Wohlsein beeinflussendem Warten. Auf dieses kleine Warten kann man unmöglich so große Gesichtspunkte und so wichtige Fragen anwenden. Nun, so wahr es ist, dass auch dieses kleine Warten Einfluss hat auf deine Stimmung und dein alltägliches Leben, also auch auf dein alltägliches Glück und folglich auf deine Persönlichkeit, so wichtig ist es, auch dieses kleine Warten nach großen Gesichtspunkten zu regeln. Und weiter, wie der Mensch im Kleinen wartet, so wird er auch im Großen Warten. Und wenn er sich nicht im Kleinen zum Rechten Warten erzieht, so wird er auch das Rechte Warten auf große Dinge nicht lernen. Je mehr man nachdenkt, um so mehr wird man erkennen, dass das ganze Leben nur ein Warten ist, ein Warten auf die kleinen Dinge des Alltags, ein Warten auf die großen Verheißungen des Lebens, ein Warten auf Glück und ein Warten auf Leid, ein Warten auf törichte, unverständige Dinge, ein Warten auf das, was man mein gutes Recht nennt, letzten Endes ein Warten auf den Tod, der allem Warten ein Ende setzt und nur dem, der Recht zu warten gelernt hat, die große Erfüllung bringt. Ende von Das Warten Der Bote von Tirol Nr. 2 Mittwochs, den 2. Oktober 1813 von seiner K.K. Majestät, General, Landes- und Armeekommissär in Tirol, Rochmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Seine kaiserliche und königlich-apostolische Majestät haben mir allergnädigst den Auftrag erteilt, dem in Tirol operierenden Armeekorps mit dem mir untergebenen Personal zu folgen. Allerhöchst dieselben haben die Grundsätze der Mäßigung und Weisheit, welche den diesem auf keine geringere Eroberung als die eines dauerhaften Friedens gerichteten Kriege vorwalten sollen, vor ganz Europa bereits hinreichend zu erkennen gegeben. Gleich wie aber Seine Majestät die Äußerungen einer unzerstörbaren Anhänglichkeit ehemaliger Untertanen mit Wohlwollen anerkennen werden, so habe ich es für meine angelegentlichste Pflicht gehalten, die großen Beweise freiwilliger und versöhnlicher Anstrengungen für die Fortschritte der Waffen seiner Majestät, welche die Bewohner des illyrischen und italienischen Tirols gegeben haben und die ich vornehmlich an den Tagen von Brunneking und Willenbach als Zeuge zu bestätigen vermag, vor den Thron meines Monarchen niederzulegen. Besonders aber habe ich allerhöchst demselben zu berichten für nötig geachtet, wie der natürliche Ungestüm, der sonst von Volksbewegungen unzertrennlich schien, aus reiner Ergebenheit gegen die Person seiner Majestät unterdrückt und der größte und glänzendste Erfolg ohne irgendeinen Ausbruch der Leidenschaft und ohne alle Kränkung feindlicher Beamten und Untertanen bewirkt worden ist. Besonnenheit und Menschlichkeit waren von jeher die eigentümlichsten Züge tyrolischen Heldenmutes und so darf ich hoffen, dass mir von der Gnade seiner Majestät anvertraute Geschäft zur allerhöchsten Zufriedenheit zu vollenden, da es in dem gegenwärtigen Kriege mehr als je darauf ankommt, durch diese dem Tyroler natürlichen Tugenden dem besten der Fürsten zu gefallen. Brunnecking dem 4. Oktober 1813 seiner K.K. Majestät General Landes und Armeekommissär in Tyrol Roschmann Ende von Der Bote von Tyrol Nummero 2 Mittwochs den 2. Oktober 1813 Imana und die kinderlose Frau Imana und die kinderlose Frau Es war einmal eine Frau, die war kinderlos. Eines Tages sagte sie, ich will gehen, um Imana zu befragen, und ging in den Wald, wo Imana wohnt. Als sie hinkam, fragte sie, ob er zu Hause sei, und sagte, als er zwischen den Bäumen hervortrat, Imana, gib mir Bescheid. Was willst du? Sprach er. Sie antwortete, ich bin kinderlos, ich möchte ein Kind haben. Da sprach Imana zu ihr, geh, und wenn du einem kleinen Tier begegnest, so nimm es mit deinen Händen und hebe es auf, habe keinen Widerwillen dagegen. Ist das alles? fragte die Frau. Er erwiderte, ja. Die Frau ging zu ihrer jüngeren Schwester. Da spielten gerade deren Kinder im Lehm. Sie waren klein und unverständig. Eines kam und näherte sich ihr, worauf sie es zurückstieß und sagte, du machst mich mit dem Lehm schmutzig, geh, worauf die Mutter es an sich nahm und vom Lehm reinigte. Dann sagte ihr die ältere Schwester, dass sie bei Imana gewesen und was er ihr gesagt habe, worauf die Jüngere sagte, dann wirst du bald ein Kind bekommen. Allein die Frau wartete das ganze Jahr vergeblich auf das Kind und kehrte zu Imana zurück. Er sagte, bist du schon wieder da? Ja, erwiderte sie, warum habe ich kein Kind bekommen? Imana sagte, hast du das Tierchen, von dem ich dir sprach, nicht gesehen? Die Frau entgegnete, nein. Imana sagte, du hast es gesehen, aber nicht mit deinen Händen angefasst. Die Frau sprach, Imana, du irrst dich, ich habe keines gesehen. Darauf sprach Imana, höre, du gingest zu deiner Schwester, da spielten gerade die Kinder im Lehm, du wolltest von ihnen nichts wissen, eines stießest du beiseite. Die Frau sagte, war denn das Kind ein Tierchen? Imana antwortete, lebte es denn nicht? Die Mutter war es, die es trotz seines Schmutzes aufhob. Sie hatte Kindesliebe, du hast keine. Da ging die Frau traurig fort. Ende von Imana und die kinderlose Frau Diese Aufnahme ist in der Public Domain.